da sind wir meine lieben heidi ho an euch erst mal wir zocken baldos gate weiter wir haben alle vier zusammen zeit gefunden und hat geklappt deswegen gibt es heute baldos gate wir machen da weiter wo wir auch gehört haben wir wollen uns jetzt gleich einmal hinlegen weil hier unten bei meinen zaubersprüchen sieht es ein bisschen rar aus mal gucken was passiert manchmal passiert da wird wenn wir schlafen und dann wollen wir mal schauen was da dann tun wir haben ja noch recht viel zu tun auch an nebenquests und so da gucken wir dann einfach mal sonst hoffe ich dass ihr euch da draußen gut geht und dann mache ich die jungs einfach mal mit an wieder dass ihr sie hört und sie euch oder mich hören sie ja bloß wenn sie naja ist ja auch vollkommen egal hin und her ich hab auf jeden paar jute laune und dann können wir eigentlich los starten schalte ich die jungs mal wieder laut so jetzt können wir schlafen gehen heute nein ich muss auswählen keine flaschen ok ok ich darf nicht schlafen ok was kann man das irgendwie sortieren nach was eins ist und was mehr als eins hat das hat drei ich glaube sortieren geht nicht heute gibt es viele kartoffeln und ein brot der wird meditiert ok black screen ok jetzt hier sind nichts mehr passiert ja gut so aber in irgendwann mit bild und tonig hinhaut sagt mir da bitte gerne bescheid meine lieben der hund hat ein ausrufezeichen über seinen kopf macht macht deine aufgaben soll ich jetzt auch einfach zu alex sagen naja zaubermann feuerball die maus eigentlich bei mir sind nicht die warte bestimmt schon in flur auf lisa der dienst beratung die beratung für den dienst oder wie war das das wurde aber als arbeitszeit gewertet ja 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 überhaupt kann man alles abrechnen was sollte ich jetzt noch mal machen mit dem hund quatschen zeit nicht dass er sagt nur bald bald ok siehst du willst nicht mit ihm reden geben dass kein ball das gold ein gold sack dafür wird er streichelt ja auch für die vorliegenden es sei die vorliegenden es sei die vorliegenden harten ist er jetzt auch der zunehmende heute ist er auch schon ich habe gesagt dass er zunehmens wollen doch andauern deswegen redet auch mit ihm hat ihn lieb alter ich habe gesagt dass auch du hast auch eine hundehaar da geht du hast das aber einmal beutel gebracht braucht aber guter burtel halt junger und jetzt glaube ich mal kurz geupgradet jetzt ist glaube ich ein bisschen schneller unterwegs das ist mehr dem usen und der hund die sind beide gleich intelligent das kann usen auch wir sind aus dem das ist ja nicht schlecht auch eigentlich irgendjemand noch was aus meiner kiste wenn er muss das inventar nehmen aber eigentlich ist in der kiste nur wichtig zu essen solchen platz höchstens ich habe noch diese schienenpanzerguss formen weiß auch noch mal eine schmiede finden allerdings legen meine küsse ich glaube ich bin gerade nicht so krass ich habe müsste verkauft werden vielleicht sind sie jetzt wieder zum kaufbereit die leute ich finde meine sachen besser aber soll ich sie mal ins inventar packen wird immer durchgucken packe ich unter meine schrift wollen und sonst habe ich bei mir bloß essen und sowas für die lange rast und sowas noch drin da kannst du auch halt erstmal in den links packen kann ich nicht mit dem mit strong alles markieren und dann hat er dann so usen den helm da den würde ich auch in meine truhe packen weil den würde ich nämlich anziehen wenn ich umgang mit mittlere rüstung gelernt habe bei mir im inventar du hast ja wucht und bei mir ist das mit diesem geheimen kritischen treffer ja aber kannst du auch tragen naja erst wenn ich mittlere rüstung gelernt habe dann mal das buch ich kann das nicht lesen das ist richtig richtig halb augen ich hab alle in meinem inventar drin leute ab unter den schriftrollen geht es los warte ich da noch in der kiste hätte ja wie gesagt das ganze essen kannst du erstmal bei dir bunkeln das brauchen wir hier nicht also ich kann davon nix hier brauchen ist auch die frage wenn du denkst irgendwas ist verkaufen aber ich kann es halt auch erstmal behalten naja sowieso erst mal ein händler finden der geld hat also den an der andere hat schon wieder kein geld mehr jetzt hier noch zu den kleinen durchschen hier und dann sind die wieder abig raus bis zur nächsten langen rost müssen irgendwie doch ein händler finden wenn es geht dann kann ich eigentlich mehr oder bin ja alle wieder mit haben korrekt ich habe eine cutscene leute mit dem kleinen typen da der hat glaube ich irgendeinen schlüssel oder sowas ach der händler der typische händler bestimmt scam ich habe schon mal plus neun auftäuschen ja komm ja komm machen wir das einfach man sagt ich kann nicht machen ich muss nicht sagen aber ich habe etwas ziemlich spezielles in stock ich habe schon mehr buffs als sonst was alter 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 du hast 24 sagst du nicht doch sagst du wohl Karis mal lassen wir machen du bist ja nicht gerade der hübsche sind ja dann überzeugen ja viertens obwohl täuschen ist auch nicht verkehrt ja ersteres ist weniger peinlich ja mach täuschen ja mega cool ja dann los ja auch 6 alter aber knappig knappig ja für dich knappig fein fein tomförmiger schlüssel up up was kann der ein tom öffnen ich bekomme mein stück ist immer für dich öffnen einfach sicher dass du Katharik ein paar Knochen für mich ja geh mal davon aus dass er da ist ein trank der Hügelwiesenstärke meiner oh das wollte ich jetzt nicht äh da oben das hab ich gesucht die nächste lange rast ist gesichert mit 21 stärken so 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 wo man noch die ganzen Bücher hier lesen können wir die auch nochmal verkaufen so 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 hab ich jetzt eigentlich hier einig wo wir hinwollen oder der wird gesagt er weiß es nicht gesagt ich weiß es ich hätte gesagt ich weiß es siehst du doch eben gerade ich wusste es ich habe gesagt wir können das Zollhaus mal untersuchen wenn wir uns runter teleportieren da ist noch eine ganze ecke schwarz und vielleicht kommen wir ohne dahin ohne in der armee vorbeizulaufen vielleicht gibt es noch einen anderen turmeingang glaubst du mich schon wieder mit sachen voll die ich nicht haben will du bist doch noch beim händler kannst du verkaufen ja der hat noch 300 höhlt ihn zu ich weiß mal erst mal rein bevor ich hier verkaufe ich glaube mehr ist es aber nicht bei uns allen ich warte trotzdem brauchst du nicht warten ich hab von allen alles bei dir reingepackt alex kannst du was dir geld von diesen haben die geheime kutte wäre vielleicht auch gar nicht so kacke für mich glaubt die ziehe ich mal an mach ich vielleicht mehr kritz anstatt in den schatten gehüllt zu sein bis ich die mittlere rüstung ertragen können ganz kurz das lager weil dieses fast bräuchte 60 mit schlitten warum nicht kreativ einsetzen ja aber es wiegt halt viel dicker da musst du früh einsetzen ja klar da sind welche mit dem wir reden können und pass jetzt ja ja das ist so schlimm dadurch die nächsten kampf verkacken nehme ich das alles auf meine kampf ok fighter naja umso besser ja klar ja gut gut ok kein streich hast du denn jetzt alles in deinem mental packt was habe ich jetzt da noch mit drinnen so ein riesengroßschwert ist die panzer alles ab den den schuhen ist dazu gekommen die beiden schuhe rechts und dann die reihe darunter das war gerade noch nicht drin ja wie es kann ich habe mir die küsse geöffnet hast du vielleicht auf alles neben gedrückt ja 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 genau so exy da war echt das weiß ich noch alles schlange wird das auch nicht verkehrt schlange wird das auch nicht verkehrt ja das war ein schlange wird guti 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 gut hast du hast du alles verkauft soll ich schon mal speichern zwischendurch warte 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 lass mich auf uns hochkommen du stehst du neben uns ja jetzt ja ich war aber gerade im lager fehlerus jetzt kannst du speichern wenn du dich bist zu spät hat er schon so kameraden ich habe ein bisschen was alchemie mäßiges für dich lieber schuldi viel spaß damit wo long long john der wird sagt doch wohin biemen wie gesagt ich würde unten vielleicht noch mal ein bisschen das zollhaus erkundigen und vielleicht kann man von da aus auch runter zum turm laufen zollhaus wo ist denn du also ist es auch nicht bei mir da unten hinbeben können wir uns da noch nicht das ist auch mal vielleicht darüber ist ja right hier sagst du jetzt muss eigentlich bloß gerade runter laufen und nach rechts ich weiß ja nicht ich sehe das nicht ich kann mich nicht befreundet ich bin ein bisschen bei mir bei mir aber in der in der in der in der in der in der er hat das werk er muss man reinkommen werden erfreut also wir waren erst auf den mann und dann sagt uns was da ist man sieht sie sehen hier ist gold hier liegt überall gold rum das soll was Reden irgendwelche Leute? Erstmal wie immer alles einstecken. Und da hinten krabbeln auf jeden Fall schon irgendwelche Leuchtekäfer rum. Da so. Ich mag Leuchtekäfer. Da locken wir mal rein, meine Lieben. Oh, wo kann man den quatschen? Mit den Käfern? Ach, das ist ein fliegender Schädel. Vielleicht ich brauche mehr Pockets. Okay, okay, cool, cool. Hey, hey, hey. Was denn? Nicht so frech, frech. Wer wärst denn hier frech? Du, du. Kann ich. Doch, doch. Frans, frans. Hey, hey. Da liegt überall Geld auf der... Ah, ich habe eine Cutscene, weil ich Geld aufgesammelt habe. Okay. Wer ist er denn? Oh, der verriert Gold. Ja. Ja, goldig. Ja, lass ihn töten. Ja, hier, ganz unten, ganz unten. Eil auf, ganz unten. Nicht? Wollen wir gleich töten? Der ist goldig, vielleicht. Ja, der möchte doch golden, Alter, wenn wir den verkaufen. Oh, Alter. Wie kann man das denn sehen? Kannst du ihn schütteln wie ein Kissen? Vielleicht braucht man mehr Gold. Ein größeres Gleichgewicht. Ich brauche Gold. Ich brauche Gold. Siehst du, er braucht Gold, Alter. Ja. Ich wäre für... Wollen wir gucken, was wir kriegen? Wird der Kreatur ein Goldstück zuwerfen? Okay. Wenn ich euch Gold tue, was bekomme ich denn dafür? Kannst du auch die Frage stellen? Lass doch tanzen. Kannst du die Frage stellen? Vielleicht redet ja auch keiner. You can pass, but first you must pay. Oh, wir können durchgehen. Dann können wir die hoch töten. Wollen wir der ein bisschen so ein bisschen Kleingeld zuwerfen? Ja, dann bewerbst du doch mit Münzen, wenn sie sammelt. Miroyal. Nein, angreifen. Ey, guck mal, wenn die immer Gold... All must pay. All must pay. Damit muss ja übelst viel Gold haben. Das können wir alles besitzen. Ich bin ja mal gespannt, wie krass die jetzt ist. Irgendwie 605 oder sowas. Wo ist denn David? Jetzt eigentlich. Alles so gute Frage. Bin die Treppe hochgelaufen. 606 Leben hat die. Ihr macht das schon, oder? Ich bin ja oben allein. Ja, cool. Hier draußen ist auch noch amok viel. Ich bin neben dir. Ach, hier, man kann hier hoch. Man kann hier hoch. Äh, dann erstmal sprinten, würde ich sagen. Die Frage ist... Oh, wird schon drin. Wo sind denn die anderen Viecher? Diese Köpfe? Nein, nein. Wo war das denn? Du witzig. Ich krieg den von hier unten. Nein, nein. Ich kenne hier auch keinen von den Köpfen. Ich kann nicht schmacken. Nee, sind alle oben. Machst du dich zum Old Bear oder was? Nee, oder oben. Der Old Bear, ja. Das wär cool gewesen. Der hat vielleicht die Energie wahr. Ja, ja, okay. Dann war ich nochmal das hier. Nein, die Köpfe sind oben da. Ja, aber ich kann... Mir wird nicht angezeigt, dass ich Schaden kriege, wenn ich weglaufe. Ach, vielleicht wirst du noch Magiere. Die hat ja keine Nahkampf. Die hat ja keine Nahkampf. Ah, Katakaufskuss. Ah, das hättest du aber erst machen können, wenn ich angegriffen habe. Das wäre nett gewesen. Was denn? Weglaufen. Achso, na, ich kann nochmal ein Stück hinlaufen. Also... Kannst du dann nochmal weglaufen? Ich muss theoretisch nicht weglaufen. Ich habe mich jetzt erst mal zu 10 Runden... Dings... Ja, dann laufen wir nochmal ran, weil dann kann ich nämlich einen besseren Angriff machen. Achso, okay. So besser? Ja. Weil, wenn jemand neben meinem Opfer steht, dann bin ich im Vorteil. Achso, ja gut. Äh, cool. Hat gut... Hat bisschen was abgezogen. Wohl, ich konnte es ja sagen. Wohl. Verdien. Alter. Gut, ich bin gleich bei dir. Und dann wird gekittert, der Typ. So richtig weggekittert. Den will ich sehen. Ja, weiter kommt mit seinem klassischen Optimismus. Wir können es nur schaffen. Ja. An 600 Leben, wir sterben alle. Klassiker. Ja. So, ich kann auch weggehen noch ein Stück. Äh, ich habe angegriffen und habe nicht getroffen. Also jetzt kannst du machen, was du möchtest. Äh, ich hätte ja ein Ollenberg gefühlt. Jetzt steht ja Yusen gleich neben dem. Also von naja. Warte mal ab, wenn die Geisterschädel kommen. Ja, was soll ich machen? Mit der Zähne klappern. Hm. Oh, habe ich ja Uwe Angst. Was? Ja, aber wir müssen ja ranrennen an die. Also du müsstest den Dornenteppich so machen, dass er hier vorne endet. So, dass alle hinten dran sind. In Richtung mache ich in Richtung den Schädel. Ja, genau. Mach das auf die Köpfe, ja. Weil Anni Olle doch nicht zu schweben. Naja. Oder? Doch, die kriegen doch trotzdem Schaden. Naja, und wenn die hier ohnehin lang laufen. Dann versuchen wir so runter zu euch zu locken, weißt du? Die werden ja wahrscheinlich alle in eure Richtung gehen. Meinst du jetzt echt, das Spiel bezieht das Schweben mit ein, dass die nicht über die Runden sind? Die haben grad keinen Schaden bekommen. Richtig, richtig. Eigentlich hätten sie Schaden nehmen müssen, aber vielleicht werden sie sich bewegen, ich weiß es nicht. Die nehmen ja nur den Atmen, wenn du drüber läufst, ja. Äh, ja, ich glaub das auch. Guck mal, wir werden jetzt gleich sehen. Ja, Anni hat recht. Okay. Es wurde mir, die wurden mir aber mit umgerissen angezeigt. Ja, da muss man halt leider menschliche normale Logik ansetzen, keine Spiellogik. So. Und los. Aber du kannst dir, kannst du ja versuchen die Dicke reinzuschützen, mal wieder. Weil, weil, weil die haben auch, ich hab auch vorher geguckt, die haben auch keinen Effekt, dass da steht, die schweben und berühren dadurch nicht den Boden oder sowas in die Richtung. Aber man sieht's ja, es passiert ja. Ja, naja, klar, aber normalerweise hast du ja für jede Kacke irgendeinen Effekt. Na ja, gut, wir wissen's jetzt, waren versucht, wer hat. Ja, das wär zu wurscht. Die sind auf jeden Fall im Sturtenmodus. Na ja, solange es oder nur hin und her fliebe, schlupsen, ist ja wurscht. Schlups. Schlups. Genau. Ist wie neu. Schlupschlup. 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 So. Also Gift brauchen wir bei denen nicht machen. Äh, hier, psychisch kannst du, kannst du ins Spell raushauen. Und dann hast du doch, glaub ich, auch so ein Auge, äh, so ein Auge, so ein, so ein, so ein, so ein Larvenspell, oder? Wo steht denn da, das psychisch bei denen Schaden macht? Doch, weil, das ist dein Snipfel. Ach, bei den Köpfen. Bei den Köpfen. Sollt ihr also die Dicke soll ich nicht angreifen? Naja, wenn wir die Köpfe erst mal weg haben? Ja, mach jetzt mal die Köpfe weg. Ich versuche mich erst mal um den Goldenen zu kümmern. Ah, Juson, du kannst mich auch erst mal um die Köpfe kümmern. Ja, auf dem Weg dahin, na klar. Ja, auf dem Weg dahin, du kannst dich ja nicht bewegen. Mhm. Aber ich bewege mich doch jetzt zu dem Goldenen und die, die mir im Weg sind, wenn wir weggekittert. Okay. So der Plan. Erst killen, dann bewegen. Ah, ich hab rausgefunden, wo ich die Dornen abbrechen kann, okay. Hm, na sehr gut. Aber kannst du ja jetzt noch liegen lassen, na also. Ja, ne, die, die lasse ich noch liegen lassen, ja. Weißt du dann? Vielleicht willst du ja noch Verstärkung. Ich hab aber nichts. Mal psychisch? Nee. Doch, du hast den einen. Ach so, oder du hast den Span nicht bei, das kann natürlich auch sein. Na ja. Was machen wir dann? Wir schaffen das. Ansonsten alles außer Gift, glaube ich. Äh, Necro sind so resistent und Gift immun. Also kein Necro. Kannst du nicht deine, kannst du nicht deine komische, äh, äh, ähm, wer ist das? Der, äh, der dritte von oben, ganz links. Hast du's tun, ist ja an, stimmt. Ich kann ja rumgucken. Der dritte von oben, ganz links. In der ganz linken Reihe der dritte von oben. Nee, bei deinen Spells. Dritte Reihe hier. Ja, in der ersten Reihe, genau da, die chromatische Kugel, die kannst du doch auch zu psychisch machen. Wenn du drauf klickst. Genau. Nö, ist nicht bei. Was? Doch, da ganz rechts oder nicht? Das Schall. Das Schall. Das Schallschaden. Davon habe ich ja auch ein paar drin, das Schall, aber nicht psychisch. Ach so, schade. Ich dachte, das wär Schall. Ne. Okay. Bade. Ich dachte, ich könntest du da mal. Na dann, hau rein. Na dann, hau rein. Ah, konzentrierte Explosion, das erfordert. Falsch. Stimmt. Du hast überall Schallschaden. Wie kommt die Usen da jetzt noch durch? Äh, werden wir sehen. Da musst du vielleicht springen. Von hier unten, dass du da durch die, durch das Fenster springen kannst, an der Pflanze vorbei. An der Durchwolke. Ja, zwischen Pfeiler und Pflanze, ja. Ja, musst du nur gucken, dass der nicht läuft, also, wenn der jetzt das Springen benutzt. Na, ich muss erstmal hier den vor mir gleich, will ich erstmal gleich wegkitternen. Lass uns das einig. Aber das würde ich hinkriegen. Weil ich da noch laufen kann, versuche ich da durchzuspringen. Kann ja mal gucken, vielleicht kann ich dir ja den Schädel da wegnehmen, dass du noch laufen kannst. Oh. Äh, brauchst du eigentlich erstmal nicht, falls das irgendwie Energie für dich wegnimmt. So, Usen, warte, dann lass mich erstmal den Schädel da durch. Okay. Ey, warte, 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 warte kurz, warte kurz, ich kann nicht stehen. Warte, 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 warte. Ich habe schon geklickt, kann nichts mehr, kann das nicht abbrechen. Gleich kommt eine kleine Werbung, meine ich. Okay, cool. Ach, wenn wir die Köpfe töten, dann hat die weniger Leben. Jeder Kopf gibt dir 100 Leben. Das ist ja geil. Wird das ein Kniff? Na ja, dann machen wir sehr locker platt. Wäre mies gewesen, wenn die, äh, pro Kopf, den wir töten, 100 dazu gekriegt hätte. Haha. Oh ja. Okay, also nur Köpfe kriegen. Nicht reingehen in die Wolke. Töte doch lieber den hinter dir. Lass doch, äh, Alex und Dings den Rest machen. Ich habe den Kopf gekillt. Du kannst jetzt, äh... Kann ich da so rangehen, meinst du, ich werde dich erwischt? Nein, du sollst nicht in die durch Wolke gehen. Ich habe gedacht, du bringst jetzt einfach dahin. Oder, wenn es geht dahin. Wenn es nicht anders geht. Ja. Guck mal, wo du mit springen kommst. Wenn du hinter den Gegner kommst, wäre schon geil. Ja, hey. Wenn es geht. Heilack, dann brink ich den. Heilack, ne? Heilack, tafft sich den Kopf, dann... Ja. Ja, und ich mach den von ihm. Jetzt bin ich ja ne Deutschland. Doch was schaden. Und jetzt, das ist noch einmal durchgerannt. Ne, der wird nur durchgerannt. Hä, aber warum krieg ich schade? Weil du durchläuft. Weil du durch die Wolke gegangen bist. Egal was du aufgewogen hast, wenn ich durch deine Dornenlaufen krieg' ich auch schaden. heiligtum vermindert einen schaden aber flächeneffekte zählen trotzdem richtig das wusste sogar ich ja gut aber wie gesagt das ist alles gut sie bleibt einfach da stehen partei einfach eine packung auf den kopf hinter dir auf den kopf nicht den dicken angreifen immer nur die köpfe jetzt platt machen alex hat es doch gerade erklärt jeder kopf gibt dem 100 leben aber nicht in die wolke reinlaufen ich habe jetzt auch alles durch das war geil wenn er hinter ihnen gesprungen wäre es wenn es geklappt hätte und du hättest sie noch mal die deutschwelt gestoßen können soll ich blocken oder nicht okay er greift dich aber von hinten an ich dürfte theoretisch keinen schaden bekommen alex ist eine fläche ist alles nicht musen kriegt ausschauen bei mir geht es auch noch ganz ruhig so war teilt aus bis auf den kopf und er macht immer das gleiche aber ich kann euch nicht nur helfen ich verbaue ich immer den weg wenn ich irgendwas mache ich habe doch ein zauber ich habe doch zum beispiel drei feuer strehle die ich schießen kann da kann ich die auch auf der gegner aufteilen der kopf aber dann ist damit den konsequenzen da oben leben was will ich denn machen am besten wäre wenn ich eigentlich mit einem hitblatt mache war den eis sturm aus bringt ja nichts wenn der da unten ist ist es auch immer ich muss schon die feuer den feuerstrahl machen und dann mache ich den den einfachsten und dann sollte er eigentlich hoffentlich wenn ich glück habe tot sein hat er lang nicht das gebracht was ich mir erhofft hat aber trotzdem zwölf punkte abgezogen ist doch nicht so krass hätte 36 sein können also hätten wir mal vorhin noch ein helferchen beschwören sollen da habe ich nicht dran gedacht sollten wir eigentlich david immer mal machen wenn man eine area geben wo wir denken dass bald was kommt dass wir die vorher beschwören oder anstatt im kampf dann haben wir einen zug den wir so machen können ja klar aber du musst halt nur gucken dass die seht ihr aus diesen komischen roten kreis ja da werden explosionen glaube ich passieren da darfst du auf jeden fall nicht rein aber du bist eh ein eingest umzingelt also hau einfach raus würde ich sagen und heil dich ja ganz ich nehme mal großen trank ist okay aber hau erst und dann ich denke tun ich kann den dicken erst mal in dieses dicks reinschubsen kannst du machen klar wenn es was bringt aber gucken nicht dass er zu schwer ist wenn er voller gold ist die rüstung fällt ja ab sie ist ein arm ist freies sehe ich jetzt dadurch dass wir einen toten kopf gekillt haben wo willst du ihn dann hinschubsen nein in das was du hast gezaubert habe ich aber es geht nicht der ist so schwer das muss die rüstung erst komplett weg also alle toten köpfe tot dann kannst du vielleicht schubsen auf den 6er drauf oder den 14er hinter dir schön austausch also immer auf die ja immer auf die toten köpfe alex kannst du david noch hoch holen na klar warum nicht ok ok jetzt nehme ich jetzt mal einen großen trank und ja kann er da nichts mehr machen braucht er meine aktion um schauen zu machen ja aber dann sagt es doch bevor du es tust dann fühlt man sich nicht so überrumpelt soll ich dir helfen warum gehen die toten köpfe jetzt nach oben ich glaube die machen von oben vielleicht mehr schaden die springen gerne über dächer ich komme dann david nicht waren scheiße warum kann der typ hier eigentlich nicht mehr laufen verlangsam aber da kannst du den dicken einfach rein schubsen da in dieses ganze witter naja da kann ich schubsen kann ich mal dringend was ich den von hier unten nach oben so gut getroffen hat das war schon recht nach einem wohnen du bleib ich sogar hier unten einfach stehen bei den dicken den seht von hier unten hoch super ich komme halt nicht an dich ran david ich kann ein stück nach vorne gehen und nächste runde kann ich dich hoch holen das kann ich dir anbieten als er noch eine nächste runde gibt ja dann laufe ich nur ein stück ran und hole ich nächste runde jetzt da steht du noch mit den schulter dingen und dem teil doch gar nicht so beschissen jetzt muss die frage du triffst keinen totenkopf mehr weil der andere ist auf dem dach also kannst du ja nur noch die die dinger hier angreifen oder leute was sagt ihr muss ja josen die fliegenden helle baden da angreifen oder die dinge heißen ich habe sechs abgezogen oder so hätte nicht gedacht dass du von der trüste aber super jetzt ist er nicht mehr so schwer und jetzt ist in dieser ganzen explosion rate geil naja wenn das jetzt gehen sollte hast du richtig schwein jusi dann kriegt er auch schon was alex noch tut ich hoffe dass er schafft den totenkopf zu gehen wenn er noch einen zug hat kannst du mit deiner toyade ne leider nicht jetzt noch hier das kommt auf andere wenn man diese helle baden oder wie die dinger heißen da kaputt machen ob der auch noch mehr rüstung verliert ja alle toten leben also ja stimmt in der herr ist ja krass dann passt auf dass er nicht in dem gold steht ich glaube das geht dann auch mal auch gut also ich bin komplett safe gott sei dank ich kann ich habe den typ reingeschossen eigentlich müsste der jetzt weg also die hat sechs leben dass das mal die ganzen durch folgen und sachen da weg gehen ich habe sie weg gemacht ich hole dich damit steht die alles gestorben die hatte die ranken aber warum ist die gestorben die war da oben auf dem dach bei alex ja die ist in die runde zu ende es laufen doch alle leute ins ja ja und dies wahrscheinlich hier oben durch das gold und das explodiert erfolgreich diesen war erfolgreich dann können wir das hier vielleicht nicht nur vielleicht jetzt erst mal hier alle gluten fackel weil man sieht so wenig man sich die fackel auch so in der hand nehmen mit einer kurzwahl taste ich habe noch krank des federfalls wenn du willst vielleicht musst du da was entschärfen wäre das nicht clever ane du kannst nicht so aber wir können auch hier kaputt machen oder mittlere zähig wenn man dann fast davor stellen man hier sind so viele da drin ist da kommst du ja nicht mehr raus ja stimmt oder du musst du aus dem fenster springen oder user macht es der kann doch am höchsten und am weitesten springen oder nicht wir haben uns immer geguckt wie viel ich habe 21 stärke ich kann noch weiter springen was wollt ihr denn machen wollt ihr eigentlich mit dem großen verschlossenen tresor der hier steht wir wollten wir uns erst mal um die wurzel da kümmern also weil es sind so viele sagen ist ja noch schön machst du kaputt 500 gold die nehmen wir gerne du machst du die töne auf alles ich mache dir auch nicht aber die anlage mit dem gebäude ist echt riesig also da auch außen war auch noch echt viel da haben wir auch noch gar nicht gelootet auch ums gebäude rum nicht oh bei mir ist wahrnehmung fehlgeschlagen leute aber wenn er bei mir in den raum reinkommt oh jetzt hat was funktioniert zweite wahrnehmung hat funktioniert hier hinten warte erst mal auf euch bevor ich was mache der boden leuchtet bei mir ja user hat verkackt alex auch hätte ich jetzt draufklicken müssen ich habe nicht hat noch nicht drauf was soll war angreifen oder nicht naja hier wo ich draufstehe ist morscher boden ja dann läuft einfach an also vielleicht muss was drauf aber lass doch erst mal hier looten bevor wir den boden kaputt machen ich bin mal ganz kurz bringt der tipps gleich ich mach das schade dass das beim ersten dings hier vorne alles fehlgeschlagen ist aber wer weiß ob es nicht doppelt morscher boden war ich hab nicht geklappt aber sonst müssen wir da mal alle weg gehen ich würde sonst seine feuerbombe hinwerfen na ne hat schon gereicht allerdings ist da amok dunkel ja da würde ich David kann noch speichern kannst doch sonst speichern erstmal David und dann ist Susan gleich da dann kann einer mal runter hinten ja das problem ist dass man da keinen boden sieht und können auch erst weiter an andere Ecken gehen ich komm da nicht runter vielleicht kann man ja da unten auch ne Tür hoch ja warte 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 guck mal komm mal her da ist noch Raum unten mit ner Kiste weg ist unterbrochen ja wieder 4 4 tp 3 tp also macht schaden wenn ich da runter springe ja ne mein Baum kann leider nicht springen hab ich den ja runter geschickt ja lass doch mal unten gucken man kommt ja noch nach unten vielleicht können wir ja da wieder irgendwie was kaputt machen und dann kommen wir da rein wir müssen ja jetzt denn nicht Leben opfern um da runter zu kommen erstmal ich spring da runter ja hier leben iste eigentlich nix ja sim simple na Kampfmagier macht. Ich habe vielleicht Handschuhe für dich, Paila. Wenn ein Angriffswurf mit einer Waffe einen Zustand bewirkt. Achso, äh, der Trainer, Träger, Arcane sind es Schäfe. Aber vielleicht David, wenn er mit seinem Schwert irgendwann mal zuschlägt oder so. Achso, ist nahe kommen. Hm, naja, du musst Schaden mit deiner Waffe machen. Dann erhältst du Arcane sind es Schärfe. Was bricht der Kreis? Hier ist Wahrnehmung und wieder ein Save, Alex. Ja, äh, musst du mal T drücken, dann kannst du das lösen. Ist Arcane sind es Schärfe. Bleib erst mal still. Ich habe hier keine Bahn hin. Geht ja auch nicht. Ne, hier ist der Save. Das ist alles, aber da kann ich nicht roten. Lass ihn nicht ran, an die Sicherheitszühe. Bei Jusen kamen da gerade Wahrnehmung, wo er herangelaufen ist. Ja, gehen wir richtig an das Ding ran, ganz nah. Ah, okay, David hat's. So da. Nichts. Da hab ich doch den hingepinkt. Ja, da hab ich nicht hingepinkt. Der Character stand zwei Meter davor, aber ich seh'n hast du's nicht, wa? Weil die Kamera bestimmt. Ja, die Kamera von der anderen Seite stimmt. Die andere Seite. Genau, die Kamera von der anderen Seite, dann sieht man's nicht. Ja. Boah, ne 30 muss ich überfüllen, Alter. Okay. Ist halt schade, dass wir dich da nicht unterstützen können. Ja, alles gut. Ich hab ja 21 Dinger da. Dann geh ich schon mal weiter loosen. Genau. Probier mich hier ein bisschen aus. Hä? Wann kann ich denn die Fackel nicht anmachen? Okay, egal. Hat der voll Bon gemacht oder hat David grad grad gezaubert? Nee. Jusen ist hier die ganze Zeit der... Jusen, kannst du mal hier hochklettern? Nee, ich heil mich grad ein bisschen, sorry. Aber nimm das Amulett von David. Nimm das Amulett von David. Nee, ich hab noch grad kein Trank genommen. Ich hab mich grad nur durch Zauberkraft geheilt. Achso. Nimm das Amulett. Nimm das Amulett. Ja, komm. Nimm das Amulett. Ja, komm. Nimm das Amulett an. David. David, mal noch. David kannst du nur mal kurz abdenken. Übrigens David hat das Amulett. Ja, klar, aber er muss das abdenken. Ich hab hier gehört, David hat das Amulett. Was? Nimm das Amulett. Warum sind denn die zu, Alex? Wir kommen hier gar nicht an die Bücher und Schriftrollen ran. Das war voll für'n Arsch. Ja, ich komm da auch nicht ran. Ich kann da nicht drauf ran. Ich hab dich jetzt ja was Großes von dir erwartet, ja. Boah, ich kann den gerne auspacken, aber... Das ist mal halb. Weiß ich nicht. Vielleicht? Ich kann ja Tür von Schach freilassen. Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht. Welche Kerzen und Fackeln konnte ich auch gar nicht anmachen. Voll schade. So, irgendwie konnte man doch da runter. Okay, Alex geht nach unten, dann geh ich mal nach oben. Mich interessiert, wo es da bei den Wurzeln angeht hier hinten. Was, oder bist du auf dem Dach? Ja, oben waren wir schon. Also, bei mir geht's hier runter. Der hinten bei mir. Dann kommen wir nach unten. Okay. Dann kommen wir ja auch in die ganzen Räume rein von... Oh, da hinten ist noch ne Leiche. Ich glaub, dann lauf ich übers Dach mal drüber. Ah, hier hin dann. Von hinten blockiert. Okay. Lass doch mal einen freundlichen Usen dagegen treten. Oh, ja. Also, der Rucksack war gelootet, aber die Leiche nicht. Ein Knüppel und ein Schlüssel. Zollhaus, Kellerschlüssel hab ich gefunden. Oh. Oh. Das ich noch mal aufs Dach begangen bin. Hehe. Okay, was haben wir grad gemacht? Entschuldigung. Die Kiste ist komm nicht weg. Oh, hier ist ein Bug. In der Linie. Also anscheinend kommen wir... Hä? Das kann ich nicht nehmen. Das kann ich nicht nehmen. Und man könnte... Ja, durch den Schrank kommen wir da nicht rin. Warte mal. Aber unten ist noch ne Tür. Ganz unten. Guck mal, wenn du hier aus dem Fenster guckst. So, ich dachte ich kann vielleicht von oben den Schrank kaputt machen, wüsste? Wenn ich drauf schließe. Ja. So, das war vielleicht ja. Das ist clever. Ja. Seid ihr jetzt unten? Ja. Ich versuche mal da unten durch die Tür zu kommen. Da oben haben wir alles jetzt. Wo? Ah, okay. Ich hab' gefunden, wo wo's... Ah, alles klar. Das sagt mir nur an, dass du den Schlüssel aus der Tasche hinnommst. Kommt ihr da unten jetzt rein, oder? Ganz, ganz unten, ja. So, aber nicht in die mittlere Etage, oder wie? Äh, ne. Ich guck gerade, ob du... Aber wo bist du denn jetzt reingelaufen, David? Ja, aber hier ist nur zum Loot nicht. Hier ist kein... Keine Treppe nach oben, oder sonst was. Dann kommen wir nicht da hin. Da war der schon wieder raus, ne? Äh... Da, wo Yusen steht, und dann hinten die Treppe runter. Ach, da, wo ich gerade war? Okay. Aber da kommt rotes Gebiet. Da? Ne, hier, ja. Ja, und dann runter die Treppe. Nein, ihr müsst... Hier ist die... Hier ist die... Die Tür. Wo? Ich seh' hier nix. Ah, hier ist robust, okay. Den Schrank kann ich da nicht wegnehmen. Oh, nein. Ist das die Tür, oder was? Bin schon drin. Vielleicht müssen wir die Türen da wegsprengen, oder so. Weiß ich nicht. Boah, kann ich mir vorstellen, oder halt. Könnten uns unsere Rauchpulverfässer vielleicht mal helfen, die wir alle gesammelt haben. Da bin ich noch eins. Boah, Pyloter ist ja auch drin, hat er schon gesagt. Ja, aber nicht in die mittleren Etagen, ja. Aber ne, 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 ne. Die Tür ist auch robust, die kann man auch nicht töten. Äh, mit der... Äh, mit dem... Ne, ne, ne. Ne, aber die ist... Die ist... Äh... Doppelter Schaden mit Feuer. Ah, okay, cool. Wenn Pyloter da vielleicht ein Feuerbeiruf schmeißt. Ja, wohl. Beziehungsweise der Schrank, dann sehe ich doch auch. Ne, auf den Schrank kann ich da nicht anziehen. Ah. Was sieht hier noch? Ähm... Also wie gesagt, ich bin im Keller. Soll ich jetzt erst mal den Keller alleine machen, weil es sieht aus, als wäre es nur ein Raum? Und dann komme ich zu euch, oder? Ja, na, da war glaube ich nur jetzt zum Looten, oder? Ja, da ist überall Loot, ja. Wahrnehmung. Ne, hier ist ein Geheimgang, glaube ich. Knopf drücken? Ja, hatten gefunden. Obwohl Wahrnehmung fehlgeschlagen ist, da den Knopf halt trotzdem gesehen. Geheimgang im Keller. So, warum bist du eigentlich wieder hier? So nicht. Ich liebe Geheimgänge. Ah, ich kann wahrscheinlich mit der Fackel zuschlagen. Wer da mit der Fackel, oder ich kann da so ein Alchemistenfeuer mal raufschmeißen. Ja, stimmt, dafür haben wir es. Probiert euch aus. Okay. Sie brennt. Jetzt können wir die vielleicht... Sie kriegt zwar Schalen, aber es zieht keinen Schalen ab. Nee, vielleicht dahinter. Die Schränke und so. Ah, nur ein Schlag mit mindestens zehn Schaden kann das beschädigen. Ah, also brauchen wir doch meine Feuerbälle. Mit mindestens zehn Schaden. Okay, das ist... Meine Feuerbälle machen bis zu 20. Und die kann ich immer machen. Ja. Dann los. Mal rindern. Wie gesagt, ich bin noch im Keller und steht an einem Geheimdienst. Und nee, wird das 16 Schaden gemacht. Uiuiui. Nice. Ertränke und Gold, nehmen wir doch gerne. Kannst du da den Schrank kaputt machen? 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 Kann man verkaufen, ja. Kannst du mich verkleinern? Kannst du mich verkleinern? Warte, ich mach mal den Schrank kaputt. Aber... ne, verkleinern kann ich dich nicht. Okay. Kannst du auch nichts beschädigen. Vielleicht kannst du dich in der Katze verwandeln? Ja, in der Katze kann ich nicht. Oh ja, das ist ja clever. Ich guck mal, ob ich hier noch einen Trank habe oder sowas. Nicht erreichbar. Ich lege nur daneben. Okay, es geht hier noch tiefer. Im Keller ist noch ein Loch im Boden. Da geht es noch nach unten. Da gehe ich aber nicht alleine rein. Ich komme erst mal zu euch. Was siehst du, was ist denn passiert? Habe ich aus Versehen in meine Klamotten abgelegt? Ah, krass. Ich konnte durchspringen. Neu. Neu. Ja, na dann. Und Beinebung erfolgreich. Aber was habe ich gefunden? Achso, ne. Wegen dem Schild und dem Zauberstab. Hast du jetzt oben den, den, was man kaputt machen kann, vielleicht hier drin? Kann man ja vorher nicht wahrnehmen. Nein. Kannst du alles aufmachen da drinnen? Ja, ja. Oh, der war nicht so gut. Hier ist ein Knopf. Ich habe eine Tür geöffnet. Ah, jetzt könnt ihr von außen nicht hier rüber springen, glaube ich. Außen? Ja, du musstest immer wieder auf den Balkon gehen. Hier ungefähr, wo ich bin. Dann geh mal da aus dem Weg. Achso, sorry. Natürlich. Aber hier ist, glaube ich, schon alles gelöst. Und wie gesagt, im Keller geht es noch weiter. Da ist noch ein tiefes Loch nach unten. Hatten wir oben nicht noch mehr so eine Sache gefunden? So eine Löcher. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir nochmal, ob da noch mehr Räume sind. Ja. Ich komme hier nicht hochgesprungen. Das ist jetzt der Fahrscher, oder? Nee, ich komme hier wirklich nicht hoch. Da komme ich locker hin, aber da komme ich nicht hoch. Das ist logisch. Ja, wie kommen wir denn jetzt? Achso, hier. Diese schattenverfluchten Ranken. Hier, das war doch noch hier, wo wir nicht reingekommen sind. Mit dem Robust und Zähigkeit. Ist auch nicht hoch, David. Vielleicht können wir die mit Hieben, dass man da mit Hiebwaffen draufbauen muss. Ob dir irgendwas, was Wucht macht? Nee, meine Waffe macht, glaube ich, Wucht. Hast du mal versucht, diese Ranken hier rumzuhaben? Welche Ranken? Aber du gerade bist. Alter, ich komme zu dir. Ich hätte hier nicht drüber runterspringen sollen. So, ich bin bei dir. Ja. Da, diese Ranken. Na, habe ich schon versucht, das so hochzuhaben? Macht nichts, aber du musst halt mindestens 10 machen. Alter, man kann rüberspringen. Naja. Mal wieder hoch. Probier mal. Vielleicht hau mal ein paar Mal mehr drauf. Vielleicht... Stelle ich mal da? Ja, einer von drei Schlägen mit 10. Und dann drückt mit Springe hier hin. Du kriegst so lange, bis das Springen macht. Du machst aber keinen Wuchtschaden. Du machst auch Hiebschaden. Dreh dich mal... Krümm mal mit der Kamera um. Ja, stimmt. Du brauchst eine Axt oder einen Hammer oder sowas. Jupp. Und dann da bei dem Türrahmen direkt. Der macht Stichschaden. Weiter nach oben noch. Weiter nach oben. Nee, beim Türrahmen schon noch fast in, sage ich mal. Du stehst dann quasi mit dem Kopf im Regal. Wie gesagt, funktioniert immer nicht, David. Hm, ich habe es natürlich auch gleich nochmal umgekommen. Also, geh mal hier hin. Von hier ist er dann gesprungen. Und hier ist er dann hier hin gesprungen. Oh. Okay, macht nichts. Geht nicht. Kacke. Hey, bei dir steht der Schrank aber noch. Mach mal den Schrank vor dir kaputt. Warum steht der bei dir noch? Äh, Yusen, geh mal da weg, bitte. Ja, ist wohl ein Bug, würde ich sagen. Ja, bei dir ist er noch da. Nee, bei mir war der nicht. Äh, äh, war der, war der kaputt. Ist ja komisch. Dadurch kannst du da wahrscheinlich auch nicht durchspringen. Ja. Deswegen, äh, muss ich wohl einen Zauber auspacken, damit ich mit kann. Wieder einverschwenden. Naja. Rennen geht leider auch nicht. Obwohl, warte, 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 warte. Du kannst du dich nicht auch irgendwo hin, äh, du könntest dich noch hochteleportieren und wieder hierherlaufen. Ich glaube, man kann da von unten reinspringen, Yusen. Echt? Da ist ein offenes Fenster von außen. Das hab ich doch auch gesehen. Ich hab mir auch überlegt, ob man vielleicht einmal rumrennt. Vielleicht von außen versucht, heimzuspringen. Ja, du bist schon dran vorbei, Helo. Ja. Ich hoffe, wir sind zurück. Genau da. Wolltest du da hoch, ich brauche? Aber ich sehe es noch nicht. Ah, jetzt. Wir könnten die Kisten nach außen bringen. Nee, ich glaube, oder? Springt er? Ja, er springt. Ha, ich hab sie geschafft. Nice, ich will es auch probieren. Komm, jetzt seid ihr doch bloß oben auf dem Dach, oder? Nee. In dem Raum drin. Hey, nur hier hinten wollte ich vorhin noch looten. Na, schick mal jetzt noch hin. Der Weg, der durch die Ranke versperrt war, weißt du? Ah, net klar. Also, ich komm nicht hochgesprungen, leider. Wo ihr die ganze Zeit drüber gesnackt habt. Ich hab auch mehr stärker als du, Yuzum. Deswegen gar nicht weiter springen als du. Oh. Ja, halt. Okay, ich komm nicht hochgesprungen. Bei mir war es auch knapp. Eigentlich, Yuzum, bist du jetzt nutzlos dadurch dann. Ich hab Katzenhalsbänder gefunden, David. Und hier ist noch ein versperrter Brunnen. Also, da ist ein... Ich kann es nicht anklicken, da ist halt ein Gitter drüber. Wow. Ein Plumpsklo. Oh, dann. Mach mal ein Päuschen. Mit der Fackel in der Hand. Mach mal ein Päuschen, Leute. Päuschen. Alter, ich müsste jetzt hier oben anfangen, die Holzscheite als Dach zu brennen. Oh. Ist auch geil, eigentlich steckt. Aber kannst du jetzt von der einen irgendwie die Ranke entfernen, Neva? Ne, kann ich nicht. Alter, von hier oben krieg ich auch Amok für Schaden. Ob ich denn jetzt schaden, wenn ich da runterspringe? Warte, soll ich denn da in die Kiste hinstellen? Ja, aber da kannst du... Kann aber nicht aufstehen. Kann aber nicht auf der Tollzfass springen, leider. Ja, ne, klar. Ist in Arbeit. Okay, da krieg ich nur drei Schaden, wenn ich auf die Kiste springe. Vielleicht kann man das Fass auf die Kiste stellen. Ich kann aber nicht auf den Fass springen, leider. Ja, war so. Stell mal die Kiste aufs Fass. Ne, du kannst allgemein nicht aufs Fass springen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich hätte es haltet, weil die gerade gesetzt hat. Stell doch mal die Kiste aufs Fass. Auf die Kiste kann ich ja ruf springen. Und geht in. Kannst du die ein Stück weiter hier drüben hinstellen? Da so. Bitte. War noch ein Fass. Warte, ne, reicht, glaube ich. Warte. Jetzt, ja. Ich krieg keinen Schaden. Alter, aber kaputt gemacht. Naja, ich bin ja auch ein bisschen dicker hier. Dickerchen. So, wie gesagt. Aber hat geklappt. Kein Schaden gekriegt. Nice. David, ich leih mir mal kurz das Amulett aus, ne? Äh, ja. Hat das ja jetzt eh nicht an. Der anderen Seite ist ja noch ein Gebäudekomplex. Weil wir durch den Innenhof durchgelaufen sind. Dann kriegt ihr wieder rein. Ich würde eigentlich noch nach unten laufen. Da ist ja auch noch ein Weg. Ja, wie gesagt, im Keller ist halt noch ein Loch im Boden, ne? Ja, naja, den Keller ja sowieso jetzt erst mal. Oh, weil hier oben weitergehen. Oh, dann lass uns jetzt erst mal speichern, nach dem ganzen Abenteuer hier. Lass uns. Bitte. Ne, ich geh schon mal Richtung Keller. Ah, und dann gucken wir mal weiter. Ab in den Keller, meine Lieben. Und wenn ihr mal Langeweile habt und wenn ihr nicht online seid, schaut gerne auf YouTube vorbei, auf SMG präsentieren. Muhaha, Werbung eingebastelt. Das S vom G sagt Dodododododob. Das S vom G sagt Dododododob. Das S vom G sagt Dodododob. Das ist ja schon. das durch die heimtür öffnet und da sind noch im boden ich werde euch auch unter also körper aber ich sehe nichts mehr hört schon mal zurück in den keller rinnen bin oben aber ihr seht auch noch nüchtern jede fallerin naja ich hatte den krank nicht mehr egal aber ihr müsst seid ihr dann fertig zu benutzen kannst du es aber auch angelegt lassen du musst das nicht ausziehen damit wir es benutzen können doch er muss das erstmal abdenken wie kann ich einfach das von ihm was er trägt abziehen das geht nicht dafür man kann ihm einfach und also das amulett war der trägst ganz einfach austauschen mit ihm das muss er wirklich erst ins inventar packen dann kannst du es nehmen wir wollen zum kreis die dreht haben alex ich will zugreifen nein ich will zugreifen nein ich will zugreifen meine trompete aber hier ist ja gar nichts oder hier ist noch wasser ja klar aber ich wollte jetzt nicht ob man hier hoch springen kann oder so hier sieht man ja gar nichts aber das sind eigentlich nur wurzeln war jetzt nicht so dass die wurzeln glaube ich irgendwo hinführen ich sehe jetzt zumindest ist ja da war ja oben in dem raum wesentlich mehr als hier unten alter ja war jetzt noch ein bisschen extra loot halt war hab ein bisschen mehr erwartet noch eine geheimtür und noch weiter nach unten oder keine ahnung ich habe auch ganz ehrlich als wenn ich da mal enttäuscht eine stelle hat mal vom spiel liefern wo ich enttäuscht von mir aber ich habe im keller auf dem papa geile sachen gefunden also ein paar tränke jeden fall gold war unwichtige klamotten und unwichtige sachen aber auch irgendwie in ringen armband eine kette ich habe aber noch nicht geguckt was sie können noch sind ob es unwichtige schade ich hätte gedacht die hätten vielleicht was ich habe ein hunde halsband und ein katzen halsband david wir könnten auch deinem hunden hunde halsband anlegen auf dem schild am halsband steht kläffi und bei der katze ist es auch die luna nun ta man der wird du bist jetzt nicht mit raus gekommen wie ich sehe nicht mit raus klar ich bin unten am wasser gute da elixir das unbegrenzten fokus ist das gar nicht usern ok ok die keule ohne momente dann habe ich das jetzt weil ich das buch gelesen habe entdeckt ja nicht oder was du das bei mir auf deiner seite aber mit dem kann man reden stil und kritzt sieht so aus als wäre das ja ich wollte aber sicherheitshalber trotzdem sprechen so jetzt will ich quatsch und sie wird hier immer liegen gelassen habt ihr gegen geschürf ich glaube die hat auch ein paar rasiten am kopf ich bin für 5 das ist ein vergnügen das ist ein gefängnis wollen wir uns mit dem gefängnis anlegen ich habe zu viele von innen gesehen ja siehst du ja mein kleines bildchen aber wenn ich gleich zu dem boss gehen und weg sie hat immerhin zwei silberne toten köpfe und roten toten kopf auf der brust der alex du trägst ja deine maske bloß weil wenn du sie absetzt sterben an die paket toten geführt waren hände wie denn das noch muss in den abgrund ich glaube die macht das mit jedem der jetzt da kommt ok 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 ich bin raus gut dass ich mich bei 5 geklickt mach mal der dazu rote hier auf ich weiß nicht ob das gut ist ok na hier der mich sehen könnte auch kein schwanz bis jetzt erstmal alles auf aber macht das ich deck bloß erstmal die karte auf ja man sieht ob hier hinten noch was kommt aber ich glaube hier hinten ist feierabend wir müssen dann die andere seite hoch ich glaube hier wo die tür ist müssen wir weiter das sind auf jeden fall noch einige touren und kisten laufen steht gar nichts hier kannst du noch ordentlich ich werde mal hier stehen wo ich denke es geht weiter solange er in einer nähe ist könnt ihr die alle aufmachen der wird das schon dabei rot rot ist eine signalfarbe und das nicht umsonst naja ist klar ja lass jetzt wieder die drecksarbeit machen ist gut das war am meisten tragen dicky naja also krieg mal deine periode wieder in den griff nein du bist schon wieder so ungeschildt kein körper aber ja nicht ungeschildt was du dann bist von mir david hast du da irgendwas gefunden aber hab ich dir gefunden oder was gehen wir da weit also gehen wir durch die tür da weit ich weiß ja nicht was alex schon da am klauen ist naja ich klau hier alles weil ihr ja da nichts macht ja du bist ja auch der dieb das ist dein das ist dein feto ich anscheinend das ist okay das befriedigt dich vielleicht der eidbrechter vielleicht krieg ja noch mal inspiration wenn ein kerl die geklaut habt naja du kriegst von mir ein s&g und ein weihnachts mal ein Däumchen dafür bei mir in den chat wenn deine weil du so fleißig bist alex ja der hat hier lobe von vorne bis hinten na das im chat guck doch na guck doch na guck doch na guck doch ich hab ne Katzi weil du überhaupt klauen bist alex auf immer so ein radioaktiver bist du gescheit warum ey das sind Larven oder echt ok ist hier die Gäms plus zwei ok willst du versuchen alex oder soll ich kommen wir können das mal probieren und denken wir können das mal probieren und denken wir können das weg gehen du hast mehr intelligenz als ich ne ja naja dann versuch du es ok i do it ja du witt du witt aber wo bist du denn schuldigen überhaupt in der mitte bei den da wo du nie bist ja da wo du nie bist ja da wo du nie bist Alter vielleicht können wir Buffs geben ne ich kann leider keinen geben würde hier drunter angezeigt werden ich guck nicht hin oh fuck eins oh ja wofür nochmal ja ja darfst du nochmal jetzt schaffst du es locker jetzt guck ich hin und jetzt klappt es siebzehn vierzehn echt ne siebzehn sag ich doch ja ja danke schön danke schön danke schön war nur die Rats ja schön David mission complete so in die Richtung war schön wie GTA ok und das aber tausende Larven oder was nice mach weiter Dicky quatsch kein Knopf quatsch kein Mu quatsch kein Mu alter dreitausen haben wir jetzt nice schief oh guck mal so viele Larven jetzt ist irgendwas auf dem Wort voll der Dröhnung war uns alle rein wärme den Larven dann nimm mal da Hand voll du ist jetzt sowieso noch ne ne lass mal da 5 in den Finger beißen und dann jetzt löse das ist egal das ist egal das ist egal das ist egal kann sich jeder mal dran bedienen haben wir hier eine Grafe? ne wir haben hier eine Grafe machen wir hier eine Grafe machen wir hier eine Grafe ne machen wir hier eine Grafe halt dass wir da im Gespräch machen wir mal hören wir haben hier eine Grafe aber mehr kann ich nicht machen das Siegel untersuchen mehr geht nicht soll ich mal ran gehen ob das kaputt schlagen vielleicht können wir kaputt machen ja ja soll ich probieren ne ich würd's auch nochmal einquatschen dann geh ich mal zur Seite ja das kann man kaputt machen ne ne aber Speicherfeuer nicht dass die jetzt alle anderen kommen weil wir die Larven da kaputt machen ich weiß auch nicht in welcher Flüssigkeit David und Yusen drinstehen aber ja Yusen sollte da weg gehen das ist Alkohol dann geh mal weg ok wenn du denkst das reicht Feuer gut das wir gespeichert haben gut das wir gespeichert haben Alter da guck mal da liegen vier Dinger drum also wir gehen da jetzt alle weg dann machst du's kaputt und dann können wir das alles einsammeln ja ich glaub du brauchst nicht so einen krassen Feuerball machen Digga das ist der Billow Feuerball das ist jetzt mal weil Öl auf dem Boden ist sonst lass Yusen die Öl zu machen ne der hat vier Leben können wir dich da einfach gegenschlagen ne recht hat der Feuerball warum denn nicht ja weil da alles explodiert richtig ne ist doch egal dann warten halt kurz mein Gott Alter hast du noch Termine? hast du ein Date? was ist denn los hier? Yusen halt die Backen hau da gegen Yusen ja der rennt hier jetzt schon weg da was war denn heute? there's a parasite nearby wir rennt weg wir rennt weg nooo weg sind sie ja ja das wusste ich nicht aber Zweier komm wir sollten uns vielleicht eher alle drum herum stellen nochmal 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 warte 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 ah vielleicht wenn du das anzündest vielleicht sterben dann mehr ja die sind ja nicht weggekrabbelt ja aber können wir sie einsammeln wenn sie tot sind Alex da kannst du doch nicht beim Kopf setzen achso ja das stimmt da lagen grad auch drei Tote ja das stimmt schon ja dann sollten wir uns drum herum stellen wenn ich das kaputt mache war und dann aber wir uns vorher mal absprechen ja wer wohin greift du kannst ja Ranken reinbeilen da müsst ihr festklingen na ihr könnt alt gedrückt halten dann seht ihr die ja das sehen ist ja nicht das Problem die Frage ist in welche Richtung sie laufen ich stell mich mal einer da da muss ich mit der linken Mausklicken einfach raufgreifen oder was ja ja draufklicken ja 3 2 1 ja da sind die schnell ja 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 wieso also da musst du doch einen Trick geben man ja vielleicht wirklich krank ja dann können wir ausprobieren dann musst du nochmal laden ja ja das ist ja also in ihr Schaden ätzende Brühe stehen wir drin Alex ja ja voll was Alkohol jetzt ist das eine ätzende Brühe ja mhm 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 du bist echt mit den Ranken und die bleiben kurz festhängen dann können wir die einfach rein ein catchen mir fällt leider gerade ein der Ranken Typ ist noch hinten der konnte doch nicht über das Ding drüber springen cool dass du selber keine Ranken einfach hinzaubern ja man kann das fast aufheben oh ja wir können das auch ja wir können das mit uns mittragen ah nice jetzt haben wir zwei ja cool ok nicht also immer gleich draufhauen Leute mehr gehen wohl nicht na oder einfach im Lager mal auspacken die Kacke im Lager können wir nicht abhauen das darfst du ja das ist äh nicht einlaufen Alex ja mal hin hat der jetzt ganz hinten hier schon eigentlich Alex hat da glaube ich alles weg ja war da schon überall ok Rettungswürfe das heißt wenn du deine Dolchwolke machst und du Schaden kriegst musst du ja so ein Konzentrationsrettungswurf machen um die aufrecht zu erhalten das ist mehr für dich ja ok dann nehme ich mir die weg ja und jetzt ist die Frage wir haben jetzt nämlich alle einen Trank getrunken vorher wir müssen aber gleich rein wenn ihr den trinkt ne die verpuffen sonst echt schnell ne 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 die bleiben bis zur nächsten langen Rast ok Alexiere bleiben bis zur nächsten langen Rast nur Tränke nicht ah ok ja dann pfeift mir den ein und rein oder was naja ist die Frage jetzt äh entweder das Alexier der Wachsamkeit oder das Alexier des grenzenlosen Fokus da überlegen wir gerade ich gucke gerade ob ich noch was besseres finde für dich ich kann ja mal in der Alchemie gucken ob ich irgendwas herstellen kann an Alexieren für Bosheit geil wäre halt wenn du noch Alexiere der Arcan Kultivierung herstellen kannst aber nicht die normalen grünen sondern die verbesserten ja die kann ich nicht kann nur Arcan Kultivierung hier die grünen machen na die sind nur Stufe 1 das das bringt halt nicht wirklich was typische Bewegung Blutdurst grenzenlose Fokus Koldos joa nö nö ich ich trink den Leute ja dann trink ok hat er attacke rein geht peiler wieder als erstes ein denke ich war danach ja ja ich bin noch verwandelt ich kann es aber draus machen wir müssen auch aufpassen die zaubern hier sowas zum ausbrüten ne ich glaube das müssen wir zerstören nö naja das muss man mal Feuer so ich bin dran der peiler ist diesmal nach dem ja krass ich bin recht früh dran liegt wahrscheinlich am Alexierpeilerus und dann müsst ihr mir sagen was ich dann machen soll also theoretisch würde es ja auch was bringen an David aber noch nicht war wenn er überhaupt hier erstmal ranken oder so hin macht die müssen ja alle hierher ne die ranken alle habe ich nicht ich hätte auch vorher mein zwerg mal beschwören können ne leute ich hätte mir ein bisschen spät ein doch der typ ist wurde hierher gespawnt ok naja das ist so cool na wollte ich gerade weil du könntest ja auch diese orcs rufen ja könnte ich aber dann müssen wir sehen mindestens 15 geben können nicht dass dann aber nein warum sollten wir denn die orcs rufen ja davon mal abgesehen dann hätte ich ihn aber reingeschmissen aber ich sage nur noch so peiler sollte die Würmerfeuer einsatz haben aber ich kann den fleischgolam beschwören der hilft uns ja wir können doch erstmal versuchen die platz zu machen ohne jemanden zu beschwören machen wir doch ja ich glaube nicht ja wir hatten sechs am vorte gut der 600 aber gar kein problem mehr der fleischgolam kostet uns aber nicht ich muss ausprobieren musst du wissen alle ich habe es sonst aus ich würde das wirklich nicht aber auch ich würde weil hier glaube ich durch diese beschwörungen die die da hinten machen das skelette oder so nachher raus kommen wir müssen hier die große area vor uns denke ich mal recht taktisch nutzen also erst mal nach vorne stürmen sagst du naja der dicke muss platt gemacht werden und die kleine da wo der dicke steht müssten wir jetzt erst mal stehen na 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 ja nein kommt drauf an das müssen wir bevor du würde ich hier dicht machen sonst aber aber bevor du deine sprünge machst du und soweit David würde ich vorschlagen dass du vielleicht erstmal peiler seine flächenangriffe machen lässt ja aber wenn du da rein springst dann machst du peilers 75 prozent seiner zauberströfe kaputt mhm ich könnte jetzt noch weg laufen die liegen aber ja dann lauf wieder zu uns hin jetzt ruhig ja wenn du kannst mach den da noch weg also kann ich mir nix naja an den komme ich genau nicht ran ruhig aber den großen würde ich sonst erstmal für yous und euch aufheben der läuft eh raus ich würde sonst erstmal gucken dass ich sonst die restlichen kleinen eher großteils treffe oder oder soll ich denn wenn David fertig ist hier hinten einfach dicht machen dass der Rest erstmal der gleich kommt in massen nicht durch kann ich würde sagen mach erstmal so viel kaputt wie du kannst vor uns ja ok und was habt ihr euch so vorgestellt eher wieder so einen dicken feuerball oder eher so in die richtung eishagel mit mit einer sechs meter eisfläche drumherum zum beispiel oder halt die kleine dolchwolke das ist die frage womit wirst du dann am meisten genau warte mal wie gesagt mit feuer bist du eigentlich immer krass im vorteil mit feuer bist im vorteil ja wo steht denn der radius der steht aber im feuerball gar nicht ach 18 meter also ich könnte direkt hinter David seinem arsch mehr oder weniger machen und würde die 3 billow dudes und den dicken dude treffen also das wäre dann an der stelle naja warte mal ich will noch mal gucken was die anderen zauber für den umkreis haben Alex hat ja vollkommen recht oh der eiszauber ist noch größer mit dem eiszauber treffe ich hinten alle aber die haben ja eisresistenz nur er nur der dicke ja nur der dicke aber er würde halt die alle anderen treffen genau und die würden ausrutschen wahrscheinlich also ja kannst du auch Eis machen von mir aus ja ich würde den ja probier den mal mal gucken was der bewirkt ja muss ich aber ein kleines stück nach vorne gehen gleich ja ist ja machbar ja aber ich glaube du kannst doch einfach hin tippen Paella dann macht er das von alleine ja aber ich will wissen wo er hinläuft ich muss es auch ins nichts machen damit ich alle treffe muss es ist ja in ordnung aber das ist eigentlich theoretisch egal aber ich glaube ich schaffst das ja du schaffst das sieht gut aus ja ja das ist doch gut dass wir nochmal drüber gesprochen haben krass aber dass du so heftig bist dass du resistenten resistenten durch es ist egal wenn die anderen hat keine resistenz ne ich meine du aber mit feuer ist immer noch krass im bohr alter finde ich ja aber die haben noch keine resistenz allgemein meine ich es vom charakter her ich glaube er greift den baumann und nicht reagiert aber aber er holt ein buch ich habe mal genau lesen das brauchst du nicht der wird es doch an seiner eulenbärform naja aber die greifen jetzt dreimal an ok oh ok das überlebt der schon guti äh wo soll ich dass wir hingehen alex hast den eulenbär naja theoretisch jusi äh naja ne dieser arcana schutz der ist äh der ist schon wichtig den müssen wir ja nicht gleich spammen nur weil du da zwei schaden kriegst ja ja ne aber erst mal dem plat machen würde ich sagen welchen naja entweder den hier ja aber das schafft doch oder den ja den da unten neben david bei dem eulenbär da unten und dann kann david sich genau geht dann halt auch neun aber ok der genau alex macht dann gleich den äh macht nachher den anderen ok ok hat kurz gelagert ja bei mir ja aber da komm ich erstmal nicht hingerannt kannst du vielleicht den springen ne ich kann erstmal hinlaufen und den erstmal abschießen machst du dann vielleicht neuen schaden mit deinem schuss äh vier bis neun ne scheiße sonst glaubt neben alex und mach den bei alex platt und alex übernimmt dann den anderen der mach was vorher an obwohl die greifen vorher an also also ja aber dann bewegt einer tot oh nein 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 was machst du da ich wollte ihn nicht angreifen fuck soll ich dein holz typisch schützen david oder nicht da sind sterben ok ich wollte ihn nicht angreifen ich weiß das war richtig ich weiß so soll dein holz typ jetzt drauf gehen oder nicht der wird lassen doch erst dafür darum zu sterben ich bin verstrickt also alex ist verstrickt beruhigen die da jetzt die ganze zeit nochmal da müsste ich jetzt den dicken flächenangriff machen wenn ich mich an david vorbeimobelen kann ich glaube das wäre recht clever die dinger dahinten zu zerstören aber ich weiß nicht was ihr sagt wir warten jetzt mal Alex macht er muss ja erst mal vor uns sichern weil du bist halt nicht fesselt zum teil möchte so wenig schaden an den und wenn du befestigt bist du die Stichresistenz weil das nekromant ist und nicht so normaler wucht macht bei denen mehr wucht habe ich nicht dafür bräuchte ich eine axt oder nach thema die beschwören dann immer und immer mehr aber ist ja nicht schlimm wir müssen ja auch erst mal zu uns kommen na ich würde sonst gucken dass ich jetzt entweder hier irgendwas dicht mache oder vielleicht sogar schaffe entweder dahinten anzugreifen wo die ganzen dinger stehen oder wenigstens die drei hier vorne ja stimmt aber wenn du da hinten dicht machst wenn du da ich kann hier erstmal dicht machen alles was gespawnt wird aber irgendwann müssen wir durch und diese körbe und so platt machen wir sonst kommt immer mehr diese körper sind gegen gleißenden schaden verwundbar die körper ja da könntest du einen heiligen schein auch hin machen wenn den gut positioniert das machst du vielleicht gleich drei kaputt oder vier und der monschein haben wir noch diese diese gleißende bombe gleißende bombe ja da hat er das so ähnlich wie das alte mit vorher nur mit gleißenden schaden ich habe sowas nicht ich habe sowas auch nicht darf ich mir das ach nee das ist ein zug du hast ja ein elixier der arkan kultivierung stufe 2 david den hätte ich gut gebrauchen können sie nicht was er erzählt er wird dann eine verschaden machen damit alle einverstanden ja durch gucken wo könnte ich mich hinstellen damit ich die treffe ich überlege ob ich die eisfläche nicht sogar noch mal mache mit feuer kannst du auch den dicken bisschen weg fackeln oder ich will ja hier hinten ungefähr angreifen nein jetzt ist ja schon gelaufen hier hinten die will ich eigentlich angreifen normale skelette leute angezoomt normale skelette alles gelettet ich nehme mal die pfeile bei dir raus größe aber nicht den kreis die blitzfeile ok dann kann ich vielleicht kann ich mal einen flächenschaden machen ok vielleicht bringt das was bei den skelett hüllen da nekromit meister oder meinst du den todes shirt todes shirt bei den ganz rechts war die da betroren haben skelette leistet ach so weil die sind nämlich gegen feuer und gelte sind die resistent aber nicht gegen blitz ok dann gehst du nach rechts runter ich versuche den dicken müssen auszuhalten ja mit den dicken können wir erstmal zusammen machen die kommen erst mal nicht stehen ja da unten noch rum die können ja ruhig noch mehr machen vielleicht wenn die dann alle explodieren sind die da unten auch tot ja das ist natürlich ich habe noch nicht so viel leben sag ich mal so vielleicht fünf leben oder so na warte also ich war jetzt am überlegen leute entweder killig die drei die da hinten stehen jetzt mit dem dicken feuerball dann sind sie vielleicht alle tot oder ich setze hier zwischen halten klingen strom hin dass er erstmal nicht durch können ein nehmen auch mal kein klingstuhl weil da also feuerball weil du bist direkt hinter david und der sollte du musst nach rechts dann oder ich treffe nur zwei einfach richtig mit der maus bist du nach rechts laufen und dann kann ich mal laufen die gehen und doch hier drin ist alle drei doch hier jetzt alle drei angezeigt es pulverisiert die boys sein komischer du zuckt sich vor dir noch ein update ich weiß nicht ob das ein tanz ist die kombination eigentlich aus dieser eis attacke und den elektro attacke auf diese riesige pütze drauf ist eine gute kombi aber vor uns ist eine riesige pütze ich als elektro attacke drauf machen also wenn da noch gegner werden aber ich glaube das mache ich hinten bei den nestern dann noch mal du hast jetzt noch eine aktion kannst du denen da noch und wir angreifen ja ja ich habe teil der und heute totes sollte mal so veröffentlicht was hatten der effekt welche was ist nicht das dagegen die kommenti ja aber der hat doch resistenz nutzen und drückt noch mal t und dann guckst du doch mal durch was er kann einfach irgendwas ruft ballern ist ja der macht bestimmt nekromantie und und er ist gegen beides resistent er ist aber gegen alles resistent was user machen würde und fast gegen alles was ich machen kann außer durch meinen effekt er muss usen muss die agro auf ihn muss er braucht die agro also kann es auch usen theoretisch wenn er laufen kann ein stück nach vorne laufen und ihn angreifen oder direkt dran laufen wie weit kommst du dann noch wie weit du noch laufen kannst bis da oder bis ran an ihn ich könnte ungefähr zwei meter voll laufen also bis da so also das heißt du musst den fernkampf angriff machen weil du nicht ganz genau dann macht den fernkampf angriff jetzt dann dann wechselst du auf dein schwert und rennt so weit ran wie geht würde denn einer wenn ich nächste runde in die richtung laufe damit hin kommen dann überlassen wir usen und david erstmal den dicken ich darf jetzt zum dicken einfach genau so weit wie du kannst an dem eh keinen schaden machen muss ja der winkel ist gar nicht schlecht müsste ihm auch von hinten nichts treffen also durch die tür es geht ab ja ja deswegen die hätten wir die eier vorher zerstört wenn nichts gekommen er habe gedacht wir haben noch eine runde wir haben aber ganz schön schaden gekriegt dadurch dass sie sich da aus dem stimmten da kommen schon die nächsten aber erstmals fernkampf ne alex bitte nicht zu weit rein laufen wird das war gucken dass sie so viele boomsen kann die bieten jetzt kannst du etwas und einer treppe dahin sporen eine ölpfütze oder keine ahnung was guck mal ich könnte halt hier hinten wo die skelette und alles ist auch eine riesen eisfläche machen die bleibt ja zwei züge und so viele treffen wie möglich ja oder diese äh wie heißt es diese deutsch sturm da ja aber der versperrt uns halt auch den weg ich könnte halt auch da wo die jetzt stehen wo alex angreift dann könnte ich auch eine fettpfütze hin machen wenn ich die dicht genug an dieser fackel hier in der ecke mache dann entzündet sie sich von den selber deutsch sturm heißt er so ich weiß nicht wie der ist besser sturm klingsturm deutsch wolke da war auf der foto klingsturm das ist halt jetzt die frage wenn du kannst erstmal hinten bei diesen drei magiern da den messer sturm oder soweit kann ich wird 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 knackig ob ich bin also ich kann nicht so weit laufen schon kann ich kann ich auch den dicken spring dass wir erstmal den dicken platt machen und teiler macht rechts da die in den eingang entweder mache ich hier mit einer deutsch wolke zu den eingangs bauen die deutsch wolke da hinten oder so wie alex hat aber die sind halt über 30 meter weit weg die du 10 nahe musst du dich rein sagt ja ich glaube naja ich kann ich kann maximal hier laufen das sind knapp zehn meter und mein spell reicht dann 18 meter und hier hinten wo die stehen sind 32 28 ich bin mit 32 und hier kümmert euch um diesen dicken na ja also ich auf jeden fall wenn ich halt wenn ich hierhin gehe zu dir alex und die eiswolke vielleicht ein groß genug im kreis hat aber schicht so mit das würde ich also die diesen eis sturm das würde ich einfach ausprobieren ja naja ja guck mal wenn du kommst ja ich treffe sie hinten alle und die drei vorne und das ding wenn man geht nicht jetzt geht trotzdem kommt noch einfach das steht hier muss voll offensiv aber das kriegen wir schnell ja auch sehr erst mal aber dafür sind beide vierer und ein dreier schon weg brauchst du hilfe usern ja den immer machen den immer rückschlag ja den immer er macht schaden bei ihm und den kann ich ja so oft machen ich will stimmt also beide treffen wenn du den tötest usern kriegst du wieder eine aktion dazu dann kannst du den noch mal angreifen mit einem hauptangriff durch den durch den elixier des blutdurst immer wenn du einen tötest kriegst du eine neue aktion dazu das heißt noch erst den tod dann greifst du den noch mal an ein schaden aus der nur noch anpusten david dann zerfällt einem staub doch ich hatte leider kein schaden hätte er klappen können ja ich habe ich das glaube dass wir so krass die eisfläche hält leider auch nur zwei züge aber danach kann ich elektro drauf machen aber ich so ein bisschen typisch menschlich alter haupt die vor die nachkommen sind da so ist jetzt hauen sie alle ab um der ecke alter also die müssen wir unbedingt als erste platt machen die haben recht viel leben da hinten ist die sporn die einfachen leute immer nach könnte bald voll xp fahren ich glaube das tun wir hier schon ganz gut erzählt eigentlich wäre gut alex wenn du die hinten ja ich wollte erstmal den hier vorne weg machen die musik schon mal mit hier so ich kann auch so eine lextiert was mache ich als nächstes ich habe noch 233 ersprüche das heißt ich könnte große feuer bei juni ja wie gesagt wenn du feuer machst ist es egal ob sie sind du bist du immer mit feuer ja aber ich will halt gucken aber ich glaube da bleibt ein großer feuerball junge ja aber die haben mit schaden bei dir gemacht richtig weil du halt feuer bist ja weil der arcana schutz hat und auch das deswegen es ist immer wichtig dass piloted hat damit er nicht so viel damage kriegt ja pack ich kann aber was soll ich denn machen alex ich kann ja maximal nur einen treffen ja dann machst du jetzt halt single target damage ist doch wusch aber du hast doch noch level 3 zauber sprüche 32 stück was ist denn bei dir level 3 ja ich kann dir auch upgraden so feuerstrahl kann ich ab 2 aber kann ich auch auf 3 und 4 upgraden und so beim blitz das weiß ich ja aber das ist halt noch was da ist doch noch was flächenmäßiges oder nicht na hat den dicken feuerball fettfütze dolchsturm oder einen einfachen eisangriff und den anderen eisangriff kann ich nicht mehr bei der war stufe 4 aber wenn die pfütze sich ja auflöst könnte ich halt nächste runde da blitz drauf machen und wenn da die leute gut stehen und den kann ich auch 30 meter weit kann ich halt die elektro also die eisfläche als wasserfläche mit nutzen ja dann versuch dort danach genau dass das der haupt elektro quasi auf den spawnern ist aber du das andere auch mit elektro naja aber theoretisch bedeutet es ja jetzt für jetzt lieber feuerball machen und vielleicht versuchen ob ich den platt kriege mit so viel wie drumherum ist ja und dann habe ich ja nächste runde ist die eisfläche eine wasserfläche und dann könnte ich einen blitzangriff machen genau nur dies dann nehme ich aber den vom zauberstab jetzt erstmal ich treffe na doch den treff ich auch nochmal jetzt ist das sogar wasser ja wer oder so oder so nächste runde wasser gewesen der hat nur noch 6 und der naja das ist doch schon mal gut kleiner ruso der hat nur mich getroffen und dadurch ey warum hat er den nicht so positioniert dass es euch mit trifft die nachkommen ja genau dann brauchst du nicht schaulin go schaulin zeigst du alles kannst also am besten wäre nicht im wasser stehen doch wenn ich jetzt blitz mache würde ich den linken und den rechten treffen stimmt schon also könnte alex er versuchen die abzuschießen oder den hinter ihm oder usen macht gleich den hinter ihm aber bevor du gleich diese attacke machst und david müsste drüber hüpfen auf jeden fall wenn er das wäre cool bevor du diese elektro attacke machst ich würde gerne da den links da weg killern außer schaulin schafft das ja wir können ja schießen ok cool der ist schon mal weg dann würde ich jetzt da mal links vorbei sprinten du darfst halt bloß am ende nicht da im wasser stehen in der pfurt zu lösen und andere ist mir ja warte mal kurz ich würde den ich würde den 12er da unten noch bei alex weg machen dann da perfekt hinspringen dass er ja kannst ja machen usen wollte ja glaube ich an der pfütze hier seitlich vorbei hier so an der ecke und dann eigentlich den hier hinten angreifen der ganze zeit spawnt da wollte er ja machen ja da muss ich in der pfütze stehen falls sie rankommen würde ich nutzen sonst nutze ich es ja nicht wenn nur einer drin steht macht es keinen sinn aber ich stehe jetzt nicht in der pfütze war dann greife ich direkt an ne stehst du nicht alex auch nicht ne ich würde das mal sputen ja ja mach doch ich warte du müsstest doch theoretisch vor mir schon laufen können oder ja vielleicht die frage steht halt bloß einer drin ähm ja das hat gereicht genau an der karte ich hatte eine idee ich hatte eine idee habe ich eine aber du kannst jetzt mal angreifen oder nicht ich kann mich noch bewegen zu dem eilen aber ich würde ja so stehen nervöser was hast du dann gemacht hast du keine aktion damit halt so dicht an kommt erst mal wer habe ich da versucht zu schubsen leider nicht erfolgreich also ich kann den da hinten auf jeden fall nicht platt machen aber ich bestehen jetzt ok bei der karte was ich mache du könntest hier rein theoretisch stein deine blitz dinge auch auf jeden fall zwar noch mal eine krasseren kampf naja jetzt noch zwei richtig aber dann bräuchte ich irgendwann mein stufe 4 zauber noch wieder aber den kann ich mir nicht wiederholen echt 80 prozent und trotzdem kritischer fehlschlag aber wenn du ein zwölf ist ja trotzdem ein naja klar die angreifen der radius durch die explosion aber erst mal die beiden man man lauft auch bitte in die pütze lauf in die auch man ja die städte der schütze auch man ist jetzt wirklich noch ausgelaufen oder zählt das warte warte ich kann nicht rein schubsen wie du willst du kannst du gerne machen jose warum willst du nicht schubsen macht doch einfach schaden ja jetzt wird sie hinter das stimmt ja wir alle nicht mehr so viel bevor ich jetzt angreifen kannst du jetzt noch da zu dem ran laufen wir sparen uns die guten dinger also ich könnte dahin jumpen vorher erst warte jose ja ich hätte noch mal nie machen oder lass mich erst ich hab auch feuer bei machen der letzte ich komme auch nicht dran ist zu weit weg zu weit weg junge also nicht dann beendet doch ein zug ist jetzt noch einer was soll er jetzt groß machen jetzt kann den user und herunter schubs macht er ja so gerne sehr cool auf jeden fall der inspiration dadurch erhalten durch den kampf oder stand es bei euch auch so heißt es jeder kriegt eine speichern die inspiration teilen wir auf das ist doch mega das heißt ja jedes mal wenn wir so eine situation haben und wir haben wegen dann haben wir immer automatisch wieder vier inspirationspunkte nein du kriegst nur eine und wir alle vier können die eine nutzen okay okay ich habe genau an das gehen fast anzonen gekriegt alle klappen wird in die andere richtung gelaufen ja ist ja noch gut dann nutzt man kurz ich muss essen essen in den ofen und so let's see okay ich gehe lieber wieder runter runter gehen runter gehen runter gehen runter gehen ok da oben haben sie gleich angefangen zu kämpfen geht da hinten nicht die treppe hoch weiß ich nicht habe ich nicht gesehen alex aber ich bin reingegangen rote effekte leute haben sich angeschrien zauber wurden gespellt also das hat man alles gehört aber man konnte es nicht sehen auf der karte da waren sie zu weit weg du warst nicht im kampf geschehen ist ja aber das hat sich nach viel angehört hier hinten ist noch eine folterkammer als einer die mit erkunden möchte ich gehe nach links naja wenn david wieder da ist dann können wir das ja da mann da kommt davon und vater an folgen ist ja nicht was da jetzt wäre wenn wir da in die richtung weiterlaufen war gekämpft haben das heißt genau die entgegengesetzte richtung naja im endeffekt müssen wir sowieso überall dann ja das stimmt aber du weißt genau so wie immer ich bin man kann es nicht unbedingt beeinflussen aber ich bin kein fan von wenn man dann auf einmal die hauptsache weiterspielt oder den hauptweg weitergeht und dann kommt man auf einmal nicht mehr zurück auf den kleinen nebenweg den man hätte gehen können darauf passen wir ja auch aber passiert halt trotzdem das kann man nicht beeinflussen manchmal und wirst du nach folterkammer hier durch wir haben alles gelootet also ich hoffe dass wir nichts übersehen haben weiß nicht vielleicht wenn du reingehst nach rechts komplett in die ecke bin ich mir unsicher ob wir da waren dann gehe ich mal hier unten gucken was hier noch so ist man muss da unten nach rechts laufen da ist auf jeden fall noch da geht der weg weiter und da ist noch alles schwarz naja ich gucke auf die karte die ich weiß aber wo es wenn jetzt genau da weiter läuft da ist schwarz und da kommt weiterer weg da ist auch noch wenn ich raus zu mir das fragezeit du läufst auch richtung des fragezeichens geheim versteck nach oben jetzt dadurch richtung norden heiler bevor jetzt weitermachen willst du dir erstmal die beiden die beiden würmer da rein pfeifen du hast ja gesagt du brauchst zwei wir haben jetzt gerade zwei naja kommt halt drauf an in welche richtung wir bei mir noch gehen wollen na du hast doch gesagt du willst du brauchst zwei ja ja damit damit es sinn macht und ich dann weiter kann ja hier gehen noch ganz viele wo ja weil man sie erst mal kann man hier rein da ist irgendwie öffnen liest dir mal durch was bei dir sinn machen würde ja das eine ist halt wo ich schon mal rein gespielt habe einen punkt da steht noch nicht da lernt wer halt diese diese energie tunnel wo du halt den gegner mal weg stößt ja nicht durch irgendwas durch das würde er usen was bringen das habe ich ja schon gesagt weil damit kann er nach vorne stürmen und er wird nicht angegriffen das heißt ein hochgegner neben ihm steht aber der boss irgendwo anders ist dann kann er wenigstens zu dem hinterher und wird nicht von allem angegriffen das hier macht keinen sinn das sind angriffswürfe die habe ich eh nicht welche wieder richtung psychischer schaden wo ich schon einmal gemacht haben das würde vielleicht er hätte mir machen oder da kriegst du da kriegst du schaden das ist jetzt das kontraproduktiv und doch hier oben weiter da würde ich eher sagen dass usen den tunnel macht und alex richtung attribut zug geht und er ist schon da oben die stelle richtung heilung oder was ne alex kannst du attribut ins gehen könntest du es gehen jetzt ich finde das sinnvollste aktuell immer noch den den tunnel für usen ja und für alex richtung attributs zug macht auf jeden fall auch sinn aber für mich macht alles andere was eigentlich denn theoretisch ist ja denn überhaupt keinen sinn das heißt dann könnte ich noch richtung heilung gehen man kommt ja noch leider nicht im gehirn da ist ja noch ein areal weiter aber da kommen wir ja noch nicht hin hast du schon ein eingesetzte oder nein aber ich habe unten links im gehirn ja alles voll was meine richtung wäre ich brauche ja auch keine mehr ich habe ich als energietunnel oder was warte doch mal wir diskutieren doch gerade darum hörst du nicht zu die sache ist was diskutieren war doch gerade ich bin dafür was ich mich halt frage ist wann schalten wir diese anderen in dem äußersten ring die die roten schlösser frei damit war da weiter spielen können ja und da überlege ich halt ob ich dann halt lieber warte weil es macht ja so keinen sinn also ich könnte noch in dieses heilungs dinge hat wie gesagt rein skillen aber macht er theoretisch für mein character building und allem auch nicht so wirklich sind also sagst du wir sollten über bunkern den dinger naja außer die wo es sinn macht aber bei mir macht es keinen sinn dann bleibt er nur noch josen übrig josen könnte den tunnels gehen was halt ganz gut ist dass er daschen kann einmal pro kurze rast kann er wenigstens an den gegner rangehen ohne selber schaden zu kriegen und verteilt schaden wenn er weiters gilt heute richtig lesen mache ich das ja ist die mehrheit dafür da du machst den energietunnel und dann alles könnte den anderen punkt nehmen um richtung attribut nämlich zionische überladung wenn ich ihn wenn ich einen angriff mache dass ich ein bisschen physischer schaden muss den skater nicht auswählen oder benutzen sage ich mal aber du bist du kannst ja danach hast du nur ein news und hast du zwei dann kannst du ja den energietunnel machen und danach gleich verlagern wir teilen uns die wir kriegen die alle ach ja das ist ja genau das ist die mit den links wenn die kreaturen fall schaden von der leiden das könnte aber wenn du sie schubst dann allein jedoch kein fall schaden aus der nation sondern auch genau wie beim schlagen wenn also um schlägt ja dann skills dann probiert aus ich sage nein nee aber du das alles gut wie du gott gesagt das alex es war doch nur ein gespräch ja wir haben es doch jetzt schon oft genug gesehen wenn er leute umschubst dann macht nehmen jedoch kein schaden außer er schubst sie irgendwo runter aber dann brauchen wir auch nicht die 1 bis 8 psychischen schaden richtig aber alex nehmen den punkt oben und dann genau war er hier achten guten entzug oder was alles gut war da unten jetzt eigentlich noch was geht es hier unten weiter wo man nach unten weiter oder erst mal wie gesagt die treppe nach oben hier ist jetzt nur so ein loch was schreit er hat den punkt davor genommen er kann er das nächste mal ist du bist hier unten weiter wir müssen wir wollen uns nicht jetzt so voll neblig da alter besten fall können wir die aus dem gefängnis holen ob man die zellen rein kann ich nicht ich habe jetzt hier das schloss erst mal aufgemacht ich kann ich kann hier hebel ziehen vielleicht kann ich die vielleicht kann ich die dings aufmachen die hat mir jetzt haben kann ich nicht speichern aber freut jetzt die hebel da steht ihr da jetzt vor den zellen wir sind doch an der mir ja sind auch wenn wir da rein gehen ja jetzt alles nicht zwei auf jeden fall das peiler kannst du hierher kommen ist ein erdhauchen die kann ich nicht auskaufen wenn die durch die schaufel aus meinem inventar ne der ollenbär kann ich schaufeln aber hier ist noch ganz viel loot kann der ollenbär dann hier bei mir erst mal looten du bist zurückgegangen ich bin noch in der ecke wo du gerade herkommst ja aber hier liegt noch amok viel überall du bist doch gerade entgegengelaufen bin ich mir ganz sicher oder ich bin total blöd aber ist mir egal hier ist doch gelootet das war ich nicht das warst du ja aber ich bin zurückgelaufen wegen den zellen die erzählen sind hinter uns aufgegangen richtig er wurde doch erstmal alles was an der stelle ist hinter uns noch mehr loot ist nee da war ich nie bin nur ein stück vorgelaufen und alex hat gesagt er kann hebel ziehen also bin ich zurückgelaufen hier ist das loch wo wir letzte mal rausgekommen sind aber die die leute sind nicht da ja ach stimmt ja jetzt weiß ich alle klar wo wir das letzte mal selber gefangen waren ja sieht ein bisschen anders aus durch den nebel hier drin und dass keiner drin steht da war ich gerade ein bisschen habe ich nicht gleich erkannt aus dem winkel ich habe alles schon gelootet du brauchst nur die trolle die verschlossen sind ich habe gedacht weil es geht dann schneller wenn ich die einfach nur aufmachen müssen nach oben bist du gekraxelt alex im turm er da ist eine leiter aber hier oben ist nicht viel da bist du sogar machen machen und ich gerade hier sind auch das ist auch der weiß okay hier liegt aber noch mehr jussen rück mal alten das alexo rum aber wir sind nur die kisten noch naja gehen wir hier hin wir haben jetzt schon festgestellt dass du keine gute wahrnehmung hast da muss dann hammer liegende ölflasche da ist eine zange die damit nehmen kannst ist natürlich nicht ja die zange du musst drüber haben news und guck mal das auch noch eine pieke die hier am tisch geht die ganze mitnehmen genau wo ich jetzt stehe die ganze mitnehmen da rechts direkt neben dir ja genau und das machst du die ganze zeit du lässt halt die ganzen sachen da liegen auf dem tisch dahin steht noch ein tintenfass zum beispiel kannst auch mitnehmen achten straßen heik alle eingesammelt hatte liegen gelassen hast darf ich einen anderen reisepartner haben dann haben wir ja eigentlich wenn ich jetzt hier noch acht mal durch ihr flogen bin eigentlich alle durch hier hinten ist wo es war das rote loch und das heißt wir müssen eigentlich wieder dahin wo ich vorhin war da wo wir sind oder wir müssen hier hinten die die treppe noch hoch das ist noch ein nebenquest glaube ich und wenn man ins loch springen dass die haupt quest glaube ich weiß wie man zum boot kommt vom letzten mal steht doch da wenn du die m drückst und die karte auf mast da sieht man das und braunen fleck in der mitte das boot bestimmte unten plus ein paar ebenen drunter oder also da wo ihr drin ward links was wir überhaupt machen sollten wir sollten ja hierhin aber warum das sind doch unsere quest da links rechts auf der auf der karte da stelle kathric form deswegen sind wir hier aber wollen wir zu diesem fragezeichen da oben mal hin und zu diesem boot entweder zum fragezeichen oder halt hier hinten wo ich die ganze zeit sage wo wir schon dran vorbeigelaufen sind wo wir reingekommen sind halt die treppe mal hochlaufen was auch wieder die haupt quest ist die du gerade erwähnt hast ja genau deshalb muss die frage vielleicht ist ja auch geheim versteckt eigentlich die haupt quest also das weiß ich halt gerade nicht nee das geheim versteckt also ich glaube da kriegen wir halt nur gut bei dem boot da war doch nichts okay dann gehen wir in die richtung wo ihr seid wir looten dass da einmal noch die die ganze sache und dann können wir hochgehen da zu der treppe die ist nämlich hier bei mir genau ja hier hoch ja siehst du teig auch die ganze zeit deswegen bin ich die ganze zeit über die karte geflogen die ecke gar nicht mehr gesehen wusste übrigens noch hoch wenn ich hochkommen würde ich habe noch ein krankes rolle reichen sprungs bei mir kann ich ja gleich mal trinken wir beide wachen denn seiter denn jetzt sind leute wenn du warte ich kann auch kurz hoch dann siehst du mich na ich stehe immer noch an der wand wo alex von stück kommst du mir musst du das mal hoch springen hast du denn und mir das war hoch hast du den frank reingeschmissen jetzt muss ich dann erst mal finden das kommt der wird du dich wenn ich konnte schon jetzt über schauen dass du kommst schon es kann nichts auffallen wenn jetzt hinten durch jetzt kann zu speichern macht 50 cent noch mal sammeln ich den ganzen karten nicht auf kannst du dann machen weil er mir jetzt was wertvolles dabei oder ja ja ich will der kerzen gabel mit eine schlammme flügel scheiße kette draußen freudig immer noch nicht da ja ich war schon überall ja noch befehle hier und schreibe ich im mund ich habe hierzu wenig getrunken mit dem ist kurz darf ich rennen wir wieder ort warte doch mal usen aber auch da jetzt mal rein zu trennen bitte einmal ein bisschen geduld bitte ja genau alles gar nicht das macht mich schwach ich mach doch erstmal nix ich will doch erstmal jahres entspannt rein schauen und euch vorbereiten ich mach erstmal nix bis hier reinkommt bereitet euch vor hier ist ein kampf ja mach weiter josef ich bin durch dich auch schon im kampf du idiot wir sind alle im kampf ihr seid aber noch nicht in der initiative oben drin ja das stimmt jetzt müsste da dabei sein ja was haben wir denn untersuchen nichts groß dunkelheit anrufe du machst ja jetzt eh single target damage ne peiler du machst jetzt nix flächenmäßiges ich würde außer wenn ihr es wollt dann müsst ihr mir das halt sagen aber ich würde mir die sachen erstmal aufheben nix flächenmäßiges bitte ich kann vorne zu dir springen alex und den erstmal hinlegen ja das wäre gut damit ich einen vorteil koche dadurch dass sie keine schwächen haben aber auch keine resistenzen würde ich einfach immer nur feuerball machen ja ist schon in ordnung peiler erstmal auf den vor dir ja ja usen kommt ja da hinten klar so willst du ihn hauen weil ich könnte ansonsten ach schnitt ich kann mein user sein nicht ran was wieso habe ich ihn ach nö wieso habe ich ihn jetzt nicht mein messer in der hand du hast verloren ne ich hab ihm mit dem knüppel ausgerüstet ja warum denn das jetzt werde ich ihn jetzt töten können den vor mir aber ok so ja nein ne brauchst du nicht so alex dann hau mal drauf warum war jetzt jose nicht äh gute frage und was hat er denn alle drauf ja bedroht wahrscheinlich blutung wucht nein bedroht es nur wenn er neben dir steht er steht ja neben mir dann kann das ihm jemand erklären bitte ist doch egal alles da war es nicht dran ich war einfach nicht dran ok hab ich dich getroffen hab ich dich getroffen ich hab doch ihn angeklickt kenn ich kenn ich ok klick doch einfach oben die bilder an aber ohne witze da kann ich genau fühlen wie usen sich vor ihm gefühlt hat das war rot umrandet bei ihm man hat drauf geklickt und ich glaub das liegt einfach daran dass man klickt und weil wir uns nicht absprechen wann wer angreift und david hat den springen gedrückt dass ich ihn dadurch getroffen hab das glaub ich ich hab den nachher ich hab den nachher ich hab den nachher genau genau das war irgendwie voll verbuggt bei mir das hat voll geleckt in dem ja ok ok ist egal tut mir leid david ich mach nichts mehr ja warte ich lauf nur ein stück ran ok ich bin dran freunde ja warte ich lauf nur ein stück ran ok ich bin dran freunde hast du sagt ihm gescheit wenn ich dran bin wenn usen angegriffen hat äh alex und ich dann bist du dran ja ich meine aber ich glaub der gegner wird dann vielleicht schon tot sein halt jetzt packt er hier aus magic magic ja ja kann er kann er das war so schön dann lehre ich das hat genau das gemacht was du gesagt hast alex bist stolz auf mich ja feuerball gedrückt und oben in der leiste auf den gegner toll ne auf jeden Fall am sichersten ich wollte dir bloß zeigen ich kann auch ein bisschen dazulernen zwar nicht immer aber manchmal da fühlt mich mit Freude das zu hören naja da kannst du dir heute abend drauf hin runter holen nicht nur heute abend die nächsten Monate du schreibst dir jetzt Tagebuch mit Bildern ja und ein Video Link ein Video Link von unserem Stream und so Alter komm mal her wo ich bin ah auch fehlgestockt schade ich mach dir jedes mal ein Video äh servidorf alles Jusen ich hab's schon ausgebuddelt ok beruhige dich Jusen hey da war was beruhige dich ich krieg dich wieder ein oh ist da unten was dann bleib ich erstmal hier oben ach da ist gar nichts ja lauft mal erstmal rein in die Suppe naja guck ich mal hihihi Alter wie weit kannst du springen Junge er hat mehr stärker als du immer noch ja jetzt ein scheiß Elixier alter mhm kannst du die Elixiere wenigstens selber herstellen äh ja aber wir finden eine sehr sehr seltene äh die Stutaten für die Elixier mhm aber die gibt's öfter mal zu kaufen bei den Händlern naja wir haben ja immer genug Geld ja deswegen die Kosten auch nur 65 naja oh ich hab wieder ein Bromi gefunden ich muss durch die Suppe durchlaufen dann mach ich das einfach oder ja ich probierenden ist nix mehr wo ist wo ist wollen wir einen Bogen haben dann kannst du ihn ja gleich einsetzen äh Attribute dazu gern ja ach so soll ich jetzt schon mal speichern kannst du speichern wenn du nicht willst ach so wie gehen wir jetzt zurück ne wir sind immer rum hier ist Pallorus oh ich glaube hier unten ist nix mehr oh da rechts ist noch irgendwas oder? in der Karte also oben ja aber ich seh grad nicht immer da rüber also hier ist noch was vielleicht kommen wir da von der anderen Seite guck mal vielleicht gibt's auch noch was alter gold und Nahrungsmittel mit Elekter Schlinger können wir vielleicht da durchtauchen oder sowas das hat so aus hier hinten ne ja aber da steht Abgrund da liegt auch ne Leiche oder seh ich bloß diesen Grafikbuck hier hinten im Wasser dieser Gnome ja da liegt ein Leiche ja ich würd sagen das ist ein Gnome oder sowas ja dieser Intellektverschlinger ist doch da ah ne ein Hacker ey überleg doch mal ey man hier hängt doch ein riesen Tentakel runter Josen bist du da grad in ein Loch gesprungen? äh ich weiß nicht wo ich bin ja ja hier steht Jusens Seele ja das tut ja äh alter das muss ich unbedingt da müssen wir dran denken ey wieso bin ich jetzt tot? du oder ich das schneide das müssen wir klippen nein ich bin da links auf die Steinfläche gesprungen er ist hier hin gesprungen Alex hier ist er hin gesprungen nein ja und ist dann runtergeglitscht ja naja weil du da nicht ruf springen kannst soll ich neu lang ja bitte ja jetzt müssen wir das alles nochmal machen ich hab's denn alles das haben wir jetzt so krasses gemacht weiß ich nicht weiß ich nicht alles ja Alex sieht ja in der Kette grad raus deswegen alles du hast doch gesagt Ohren, Nasen und so nur Flügelpailer nur Flügel nur Flügel die haben so ne Zacken weißt du das fällt nicht auf ne meinst du nicht eher so wie Hühnerpüße oder so so nur andersrum reingesteckt so Widerhaken Style ey wir sind genau da wo wir ballen sind also was meckerst du denn? mecker ich auch nicht ja hast du doch auch schon irgendwie ich könnte dich einfach nur manchmal bemerkenswert danke sagt der der 30.000 mal schon totgesprungen ist ich glaub das kann aber jeder über jeden von uns sagen das war uns manchmal bemerkenswert ja 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 kicher nicht da so ja ja du bist auch damit gemeint Fräulein ja und auch grad nicht sehr selten also jetzt mal nicht den Kopf einziehen da kann keiner von uns groß was sagen das ist schon recht ausgeglichen auch wenn der Usen da immer eher für ihr gesetzt wird ist aber nicht so naja ne nicht unbedingt das ist ne Ansichtssache würde ich sagen ne Freunde nix 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 n ich kann kann doch nicht da ist so ein fetter eulenbär und so ein komischer rock im weg so leute sie ich glaube ich ganz gut aus jetzt ja hier waren wir schon jose da nimmst du ein bisschen schaden aber dann solltest du dich doch vielleicht mal heilen oder oder sagte eulenbär läuft runter und dann ich überlege gerade hart probieren müssen leute also sind den weg lang den hat man nicht vorhin noch irgendwas andere tese doch meinen hier hinten ich stehe ich stehe jetzt schon hier an der treppe also ich stehe hier an der treppe bist hochgelaufen also hörst du schon dass der kampf losgeht bei mir haben sie alle geschrien und dagegen der kampflos einer sprintet einer angegriffen und das war so eher so richtung der tür und natürlich also hinterher ich habe die kamera falsch schritt ich meine es kam von und der tür sind da so ein gegner ja wo wollen wir den zuerst durch naja da wo ich schon die retten kommt oder erst mal die auf speichern speichern und dann dadurch ok dann gehe ich als erstes würde ich sagen oder na dann sollst du solltest ja mal sowas sein wie ein film schön haben wir gleich alles ausgelöst nur weil die tür geöffnet wurde ok wir sind auch gleich im hauptraum würde ich sagen hier ist nämlich ein großer chef sessel hier werden in der anderen seite wenn wir die schlafräume gekommen und hier unten sind die verbindungsräume da sind aber auch wachen und leute auch auf dem balken oben ich würde einfach erst mal nicht zu weit nach vorne gehen und abwarten was denn passiert wenn wir nach links in die schlafräume laufen da ist keiner groß haben die denn hiervon gekämpft russia also hier so ein goblins tot die haben anscheinend schon gegen die goblins gekämpft also ich könnte jetzt noch haben sie alex weil ich ja reingelaufen bin da ging doch der kampflos und ich bin gleich wieder raus zu euch und in der zeit haben die dann gekämpft wiederum gemacht die sind ja noch eine ganze ecke entfernt die kommen dann durch die tür hier anscheinend ein springen und den beiden in der mitte schaden machen die sache ist halt wollen wir in die richtung erst mal nach vorne stürmen wo viele sind und alle kommen hinter uns nach oder so er wie usen meinte wir hätten halt eher hier hinten hin und denn von da aus wären wir hier hinten rüber und dann darüber okay und dann wenn man hinter den hoch gekommen nach hier das sind so viel verändert hätte okay taktisch gesehen aber ich sag mal so wir machen es erstmal so wie es ist genau siehst du macht man nicht den gmail spielt einfach gut und der wieder also nach vorne attacke rein da er wird wenn du kannst also wenn du zu denen hin springen kannst wäre super nämlich ich komme da jetzt an dir nicht vorbei ich bin nämlich die beiden in der mitte raus oder soll ich zudem ganz hinten springen die war in der mitte weil dann kannst du auch noch drauf bauen also er auf das weit wo ich dann im vorteil bin hau ich drauf ja ich meine jetzt von der von der vom dran sein ja von der in zur tiebe ja also ein könnte ich schon glaube ich töten sie durch den ruhig wir stürmen da jetzt rein in äh 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 squad kommando also attacke ich würde sagen treffpunkt ist beim thron oder von da aus kämpfen wir uns doch ich würde mich ja auf die treppe rechts dann stellen wenn ich es schaffe damit ich guten überblick habe aber hier so und dann gucken wir mal was passiert der der ist tot ja das ist sehr gut guck mal ob ich mich verstecken kann natürlich nicht ich habe mir ihr enttrennt von den wohnen in ja ordentlich damit weil du musst auf jeden fall auch durch die tür stehen alle übel weit auseinander noch siehst du ich habe ja noch die packen in der hand siehst du ich brauche jeden zug um mein zauberstab und sohn anzunehmen ich würde sagen da kommen wir noch mal neu laden weil das produktiv jetzt war ja wie mit einer keule vorhin also neu laden links durch die tür richtig und nicht rechts und wenn wir dann danach in den großen die große vorhalle gehen und sich bei sich machen und schleichen ja genau aber wenn wir nach links gehen und dann nach oben da ist halt denn die große halle bevor wir halt in den raum kommen wo wir jetzt standen und dann kommen wir halt wo wir gerade da standen und da reingekommen sind von links rein gelaufen nach rechts genau also hier durch diese tür ich gehe noch nicht durch aber wieder wieder sicher ja das ist der hauptsaal so mehr oder weniger ok 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 ich hab mir aufgemacht alles gut ich möchte mich jetzt noch wollen wer ist das mal nix ich fühle dich entspannt man könnte picknick machen hast du Bock auf ein picknick sind alle ready oder kann doch einen trank nehmen dann überlebe ich oder einen pillow trank das kannst du als Old Bear ja? einen trank nehmen kannst du? mhm ok dann kick it wow hier david warum kann ich denn obwohl du das Amulett trägst seltsam ok das Amulett ist ja nicht ausgerüstet ach so ich dachte er ist standardisiert trotzdem weiß ich hab david kannst du mir mal das mächtige Elixier der Arcan Kultivierung rüberschieben ich krieg es nicht von deinem Inventar meins gezogen darfst du nicht ein Elixier schon an? ja du hast den Elixier der grenzenlosen Fokus das ist mal lieber wir haben kannst du es trotzdem aber nicht einsetzen ja ersetzt bei Konsum die Effekte anderer Elixiere ja aber ähm ich wollte es ja vorhin schon haben deswegen aber ich krieg es nicht mal mein Inventar verschoben ist das scheiße na ist egal ist verpackt ja aber ich kann es nicht im Inventar verschieben es ist da unten fest wo du es mir reingelegt hast aber ist egal alles gut ich habe es ja hier an der Seite irgendwo oder? ja auch egal so jetzt bin ich ready schön ok ich würde reinlaufen ist es ok? Zeit um die Hände zu pressen du Hundos ich wäre für ersteres ich setz mich aber zu feuer alter Pfeiler ich habe eine coole Schriftrolle gefunden Pentakel alter äh könnt ihr mal ähm 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 kommst du mal mit kurz? kannst du die Wand da aufmachen? patel und nebatron coin und nebatron und nebatron land wo sind denn du leuchtest? am lagerfeuer was möchtest du ganz kurz weg aber das hat eine energie kannst du die wand kaputt machen energie schaden hast du irgendwie energie schaden den du umsonst einsetzen kannst direkt bist du sicher dass das auf der ebene ist und nicht weiter oben das gebossene wandle 22 schaden robust energie schaden ja energie schon hast du vielleicht in einem zauber buchen energie schaden den kurz austauschen kannst zauber energie was ist energie schaden dieser dieser komische blitz zum beispiel zauberbuch der im inventar das ist das was ich noch lernen kann die illusionen Aber oben bei deinen Zaubertricks müsste das ja sein, weil die kosten ja alle Zauber-Dings. Ah, jetzt seid ihr durchgelaufen, der Idiot. Tja, aber... Bei deinem Zauber kriegst du nichts dabei, ne? Ich kann hier mit so einer Ratte quatschen. Feuerbeschwörungen... Säure. Warte mal, vielleicht Säure? Ah, ne, der ist Säure-immun. Der ist gegen alles Immune, außer Stich. Da war ich, wie gesagt, also... Ist ja nicht so, als wenn hier wenig Zaubersprüche wären, die ich auch schon gelernt habe. Aber ich wüsste jetzt keinen, der genau das hat. Naja, Schallschaden macht... Ähm... Ähm... Die... Eine Magie-File, zum Beispiel. So eine... Ähm... Das ist so ein 3er... 3er... 3er-File, der... Ist im Zauberplatz 1, meistens. Aber ich seh den bei dir nicht. Den hast du anscheinend nicht gelernt. Ja, und diese komische Sphäre da, diese Kugel, die kann auch keinen... Energieschaden? Ich hab noch nie hier irgendwo, wenn ich durchklicke, Energieschaden gelesen. Deswegen... Das alles... Was macht... Kann deine Kugel das? Diese... Ne... Kannst du nicht. Ja. Dann... Du hast nun chromatisch... Ja... Also halt... Säure... Eis... Äh... Feuer... Blitz... Gift... Und Schall. Und das ist eigentlich das, was ich auch großteils hier generell überall hab. Deswegen... Energieschaden sagt mir halt gar nichts. Oder ist das falsch übersetzt und die meinen damit Blitzschaden. Mhm. Ja. Es gibt Energieschaden. Ups. Was ist denn jetzt? Ich hab's mir mit der Katze verspürt. Ich hab ihr ein paar Sieden genommen. Und jetzt? Wieso ist eine Katzenloch verschwunden? Nein. Töte sie. Nein! Jetzt muss man alles töten haben. So eine Katze kriegt ihr ein. Jetzt mit mir gesprochen. Die Stahl... Äh... Stahl... Kralle. Keine Ahnung, Leute. Ja. Und ich dachte, sie wollten mir den Parasit geben. Und das muss ich ihm genommen haben. Äh... Dings hast du auch nicht, leider. Eine Schriftrolle. Uh, vielleicht... Du könntest vielleicht diese Tentakeln da machen. Vor... Ich pack dir mal diese Tentakeln rein. Die machen Wuchtschaden. Warte mal. Aber Wuchtschaden? Da kann doch Yusen zuhauen. Ne, Yusen hat keinen Wuchtschaden. Yusen hat, glaub ich, sie... Ja. Die hab ich aber schon gelernt. Diese Tentakel? Ich glaub, wie's aussieht. Ich kann sie ja so nicht lernen. Als Schriftrolle. Ne, du sollst sie... Du sollst sie ja nicht lernen. Du sollst sie einsetzen. Als Schriftrolle. Das ist logisch. Aber ich wollte halt sagen, ich kann sie schon hier. Achso. Ja, ne, so. Ja. Ist ja jetzt die Frage, aber... Zauberstufe 4 hab ich nicht. Ich mach die Schriftrolle. Hier hinten geht's weiter. Ja, genau. Aber warte mal, bevor du die jetzt einsetzt. Äh... Wir müssen die ja nicht verschwenden. Kannst du kurz speichern, David, bitte? Ist ja die Frage, was dahinter ist hinter dieser Wand, wirst du? Ansonsten können wir vielleicht ja auch einfach nochmal so'n Pass machen oder so. Jo, doch. Tja, nix passiert. David, ich dachte, wir wollten kämpfen. Wo bist du da hinten? Warte, ich würde nix. Gegen die Fischer, die wir vorher abgekackt sind? Das hat Schaden gemacht, Alter. Das, was du eben gemacht hast, hat Schaden gemacht. Ja. Müsst du David nochmal neu laden. Schallschaden. Schall? Na, cool. Ja. Den wissen wir halt jetzt. Alles klar. Nice. Also wir können diese robusten Sachen mit Schall machen. Richtig. Und das heißt, wie du gerade gesagt hast, Energieschaden ist wohl Schallschaden. Das ist wohl scheiße übersetzt. Ne, ne, Energie gibt's wirklich extra, Pfeiler. Glockenl. Ja, kann gut sein, aber ich hab's noch nicht gesehen. Ne, aber ich hab's gesehen auch in meinem Solo-Spiel. Der eine Magier, der konnte Energieschaden. Ja, okay. Gut. Okay, mal dann. Ich löse. Ja, ist halt die Frage. Die hat halt recht viel. Ich versuch's erstmal mit der kleineren Attacke. Den Körner! Den Körner! Den Körner! Den Körner! Okay. Dann wüsste ich lieber, weil ich noch viele davon übrig habe. Mal... Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Wo ist er? Da ist er. Die tauschen wir jetzt einfach mal gegen Schlafen. Setz dich eh nicht ein. Hä? Verarschen? Wenn wir hinten geh, sind wir das zu weit. Alter. Aber ich? Wir wollten doch kämpfen, wo bist du da hinten? wir haben die welche kämpft wir wollten es jetzt nur positioniert und wollten gegen wir waren jetzt 133 gold und sachen zum tränke kraften in der tollsruhe also gar nicht so scheiße aber hast jetzt irgendwie zauberplätze dafür verbraucht nur drei stufe 1 zauber habe ich verballert und den vom stab also eigentlich hier ist doch nicht kämpfen wir können ja bei einer kurzen rast laden die sich nicht auf warte doch mal stufe 1 nur bei hexen meister leute stimmt aber kämpfen jetzt entspann ich ja weil der wird ganz woanders ist gewisse david ist auch nur darum gelaufen weil er nicht unnütz sein wollte entspann nicht einfach kurz da geht es weiter deshalb hier ist eine tür da können wir auch wieder kommen wir auch wieder zu den gegnern also lange keine gegner ist doch scheißegal macht keine türen auf und guck da war die frage von usen war eigentlich mehr wollen wir jetzt noch mal neu laden und von allen erstmal alles looten was wir können und dann hat speichern dann haben wir uns das stimmt schon kurze rasten brauchen eigentlich passt nie auf bevor wir eine lange rast machen aber es sei halt nur leben geben immerhin ja vielleicht sollten wir dann nach so einem kampf eher eine kurze rast machen als heiltränke zu nehmen das war die kurzen rasten auch mal ein bisschen aufbrauchen dann ja genau na gut wenn man die sowieso nur brauchen für leben quasi wisse ja jetzt also in welche richtung kann ja du musst aber nicht durch rennen du kannst du einfach mit rechts klicken anpeilen wenn wir außen rumlaufen haben wir auch noch mal eine bessere position glaube ich du kannst alt und deine rechte maustaste drücken dann kannst du anpingen david ist ja genau auf der anderen seite ich bin außen lang gelaufen einfach alt drücken neben leertaste links und rechte maustaste und dann kannst du uns immer sagen hey leute na ich wills hier lang laufen auf jeden fall also hier rüberspringen oder den tisch halt weg machen ok usen wir also in die vorhalle weil wir kommen glaube ich also einfach rüber laufen usen weil ich glaube wir kommen hinten nicht lang wo ich lang wollte das ist ein balkon das geht noch raus zu gehen ja ich nehme gerade was raus bei der ich habe schon gesehen wir müssen hier rüberspringen weil sonst kommen wir wieder in den vorraum ja du hast kessel aufgesammelt bringen die geld überhaupt ein gold glaube ich ich habe mich hier von dieser position nie weiter bewegt alex komm lass einfach agieren bitte da kommt hier zu mir ich würde gerne den kampf fest gehen aber wo denn da haben wir doch nicht wieder direkt rein das war ja das wo wir gesagt haben dass wir wo du grad hin wolltest hier in den vorraum wollen und du bist doch hier unten gerade gewesen hier kommt man doch ja aber ich würde ja lieber links rein statt die rechte tür weil dann sind wir in diesem vorraum was ich wollte naja aber david ist ja gerade hinter dem vorraum auf der anderen seite kann das von hinten auch durchprügeln ja du gehst jetzt schon wieder vor der tür ich gehe jetzt einfach hier lang weil ich ja ja aber lass doch erstmal bitte auf david warten wir müssen jetzt nicht zu dritter kämpfen warum david kommt auch von hinten ich komme von ganz ganz hinten da sind noch ganz andere ja stimmt hier sind noch mal andere ja okay alex hat recht ich bleibe hier stehen das war mit der bild ist auch bei uns alles gut hat den lauf durch so na warte 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 wäre es nicht sinnvoll wenn ich den wenn ich mich hier anschleiche und vielleicht schon mal einen abschießen du hast die übel viel deckung die du kannst ja richtig gut schleichen deswegen wir müssen ja jetzt sind nicht wieder da rein rennen und sinnlos sterben wir können uns ja hier vielleicht ein bisschen aufbauen sind ja nicht gestorben wir waren immer nur knapp davor ich habe ihn dann guckt mal bitte und versuchte was überlegen wo jeder schon mal ein bisschen stehen könnte ist alles gut lass alex vorlaufen wir können auch zug für zug besprechen nachdem wir sehen wie die anderen agieren ihr könnt ja da schon mal gucken wie er jetzt steht ich guck mal wenig da so anschließen kann jetzt aber hier ist keine gute position und sie zu verteidigen oder so nicht hier ist doch eine choke bei der tür hier ist halt ein dicker gut alter keine ahnung wir können auch nicht viel machen vom fernkampf wenn es nur eine tür ist aber david hat sowieso keinen fernkampf egal so geht es weiter musen aber du lauf bitte nicht weiter dein stab der leuchtet so hell der verrät uns gleich du bist auch versteckt jetzt aber hingehockt und lauf halt so wie ich das clever finden würde wenn ich so ein geheimagent wäre und versteckt mich hinter säulen das passt immer ganz gut so lange wie alex ein stück vor mir ist passiert eigentlich ich sehe nur einen zauberer bis jetzt vor euch ja alles gut aber du musst da stehen bleiben dein stab der ist so hell der leuchtet bis zu alex aber ich würde trotzdem ehrlich gesagt diesen vorraum wo ich schon fast drin steht den auf jeden fall erstmal ein punkter das doch alex erst mal seinen zug machen ich meine aber stück für stück alex ist derjenige der jetzt läuft und der erst mal guckt wie weiter kommt und dann kommen wir alle nach und nach 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 und nach nach ich habe das licht als angriff ich werde hier wieder zurückgelaufen also peiler also ich werde schon hier gekämpft quasi also ich habe gerade wird den kampf eher so in die ecke ziehen ja ich wäre ich auch dafür in welcher ecke so hier da kann man schön dicht machen jeder hat hier deckung oder kann sich auch mal zwischendurch verstecken würde ich jetzt nicht und wenn sie uns zurück drängen können wir ja immer noch so weit zurückgehen weißt du alex dann haben wir hinten noch eine engere kammer das so der notfall hier vorne würde ich sagen die sache ist ich weiß nicht von wo aus die von dem raum da rechts kommen weißt du ob die jetzt von da oben kommen oder durch die tür hier vorne ach so könnte vielleicht einmal die tür hier noch zu machen ja aber die zweite tüte du hast gemacht hast die führte nur wieder zum vorraum ja daher das ist auch unsere safe place da können wir uns auch noch mal verschanzen ja alex hat schon recht die können halt von dem hier hinten hier durchkommen und von hinten ich werde trotzdem für den vorraum da kann jeder besser zaubern und fernkampf machen und dies das macht man hier die türen bitte noch zu da und da einfach nur zur sicherheit vielleicht brauchen die eine figur einen zug mehr dafür dass er die tür aufmacht oder so im kampf ich würde da lieber auf nummer sicher gehen wollen die hinten vielleicht auch david falls einer doch umrunden will wir kriegen uns ja so noch gar nicht mit wir an den komme ich jetzt ran hier vorne an den 90er ich bin hier hinten also hinter der säule da würde ich jetzt einen tollen schaden wahrscheinlich machen naja david kann auch so bis hier er kann nicht nach links und rechts dann sehen sehen gleich aber wenn du jetzt den fernkampf machst ich kann auch eine fettwitze gleich ich könnte auf den einzelnen davor nach springen dann ist aber da oben sind aber viele außerdem haben die auch fernkampf und zauber die dann bist du gleich dein eulenberg da steht eine kerze aber nie da sind viele die am boden liegen die sind grün wenn ich das angreifen und trefft die grünen das scheiße guck mal bei mir ein stream hier die sind doch grün umrandet die alle am boden liegen seht ihr dass das die gegner die roten und hier sind grüne sind die sind alle tot ok na dann würde ich gucken dass ich so dicht dran komme dass ich hier kann ich ja auch hier die fettwitze da ist eine kerze müsste sich entzünden da vorne steht im feuer ist der bestand ist wie weit läuft sie dann vor ja nice hat aber funktioniert hat er hier oben ist auch noch einer oben auf dem balken oben drauf ja krass der buchstufe 4 27 leben ist die helferin quartiermeisterin die hilfslos bestellen die buchseide der buchst du bist noch nicht im kampf was machen soll was gutes ich stehe hinter die alex erhöht ich habe nichts weiter tun ich habe an denen auch man ich hätte eine scheiße stufe vier haben das werk hätte ich ja gar nicht bespüren können dass wir noch ein trank dem vorher einfach dass er bei holenbären bisschen heftig noch unterwegs ist und dann so viel kampf geschehen einfach einspringen überrascht ich bin eine fettfläche auch wieder gezündet kannst du auf den hier oben springen der wird auf dem balken hier oben ist er tut eigentlich gar nicht machen ja dann haut den mal bitte weg der geht alex schon mal richtig umstehen ja ich habe mich hier hinten gespawnt ja gut er hat ihn trotzdem getroffen ich bin auch ich habe ihn getroffen aber ich bin auch da das balken ist ja auch klar weil ich auf dem balken nicht stehen kann ja aber okay weiß ist nicht wenn ich so hoch springen könnte wie du david weißt du was ich hier für schaden machen würde wenn ich hier oben drauf einfach mal ich könnte ja ich muss mal gucken ob ich das noch kann es ist eigentlich finden die feuer bringt bei den gar nichts das hat er schon gesagt nur bei dem vorderen wenn du kann dann mach noch mal macht einen krassen blitz davon mir aus hier kann ich nicht okay ich konnte was machen ich kann auch feuerbälle machen zum beispiel das geht halt nur doch einen krassen blitz kann ich machen stufe drei geht aber das ist der geht aber hat den den eis stunden kann ich nicht mehr machen mit dem bad mit der wasserfläche das meine ich ja nicht den großen blitz der stufe drei kannst du da machen sollte jetzt machen oder erst nach oben und denn er so auf der position so und dann als kreis ausgebreitet geht ja nun als strahl nach vorne ach ja stimmt dann muss ich mich ja genau da hinstellen durch gepinkt aber ich würde ich würde mich da hinstellen oder da und dann dein strahl quasi auf die dreier machen auf den da den da und den da und dann trifft er vielleicht noch dienen da die da die da hinten ich kann maximal so bis hier laufen das musst du genau und jetzt wenn er jetzt ein blitz macht ob du die da hinten klar das 30 meter ja deswegen naja dann hau die da hinten mit weg pass nur auf dass die grüne ne so weit komme ich nicht das hört hier auf ok schade naja dann mach wenigstens die drei hier vorne die hier wenn du da drei getriffst dann kannst den hattest du kontern müssen gegen da habe ich doch er hat dann jetzt warum wer dann jetzt angegriffen er mehr er sei der da hier im sturm besteht der hat heiler sein angriff gekontert ach so aber die stoff habe ich ja gemacht ja ich wusste nicht dass es irgendwelche angriffe von uns sowie abwert nein der typ der nimmt schade ich habe doch nicht ganz gut konnte also sehr alt ich mit dem die kreis am boden und ich sehe seine hüfte habe ich nicht gewusst sonst hätte ich den vorher töten können ja naja hätte ja keiner wissen können dass er sonst wäre 1 lässt sie sich da töten was kämpfen dagegen unsere die hüter des das hat er gerade das ist ein herbeirufungs zauber stufe vier okay das heißt wenn du im umkreis von dem schaden macht dann irgendeinem verbündeten dann macht er den gleichen schaden an dir aber er selber kriegt auch den schaden okay also eine irgendwie win-win aber auch los situation kommt halt drauf an wer was macht werbung aber tatsächlich also ich würde vielleicht schon wieder noch mal neu laden und vielleicht zu der hinrennen da vorne ich glaube die sollten wir retten welche denn alles hier oder was neben dem stufe hier bei rufen ist die quartiermeisterin gewesen ich glaube dass die bei der verkaufen können okay wenn man neu laden würde ich sagen du versuchst sich da hin zu schleichen und wir fangen versuchen halten mit zwei fonden kriegern oder du ein peiler steigt euch da und ich und der wir kommen hier nicht vorbei hier sind ja schon die gegner ja aber wir können ja außen rumlaufen ja okay aber zwei fonden krieg und die beschützt sie halt einfach und ich und der versuchen daraus durchzufallen wir treffen uns in der mitte ja weil peiler du kannst du nämlich deinen blitz machen einfach durch die tür durch wisse dann triffst du ja so gut wie alles die tür durch geht die erste offener die tür ja wenn sie offen ist ja du kannst mit wst kannst du dahin gucken ja weiß ich aber du hast gesagt durch die tür durch das heißt für mich die tür ist geschlossen und ich war den zauber gegen werde mich das nächste mal expliziter für dich ja du kennst das aus den alten counter strike zeiten wenn man sagt durch double doors schießen meint man nicht durch die kleine lücke da die man sieht sondern durch die tür schießen also ja ihr beide steigt euch erstmal weg wenn ihr ready seid breit wir uns vor gehen wir so rum wenn wir so rum kommen oder gehen wir andersrum andere richtung hier irgendwo hinkommen wir müssten halt darüber das ein bisschen deswegen müssen wir david war hier lang müssen einmal komplett außen rum und david und usen versuchen von da wo wir gerade waren ich kann den film noch nie habe ich nicht als zauber spruch also nicht dadurch doch weiß ich weiß die tür nicht auf der anderen seite da wo ich komme ja nicht rum deswegen kommen wir jetzt von der anderen seite achte ihr geht ganz ganz einmal aus ja ganz ganz genau genau von der anderen seite war es da wo du von schon war es kann er kann sich noch ein viel halten der wieder amulett nicht vergessen er kann er nicht und der modus hier ist erst mal rüber alex die ganze menge ist auch wir sind hier sind die ganzen kessel die reine sammeln bis nächstes mal bist du der tisch da oben kommen wir nicht ran alex alles gut kommen wir erst mal mit feiler wir können ja nachher looten dass man den kampf machen das bescheid bevor ihr da reinget damit verdrückt einmal rum gehört vorerst los geht speichermodus vergesst das nicht ich habe das schon verstanden aber es hat gerade bei uns gewürfelt deswegen also bei mir zumindest wie ich warum kann ich ihn gerade nicht mal drei meter springen gefühlt wir sind im kampf nicht speichern speichern jetzt mal nicht nein seite bei der frau wenig ja wir sind jetzt hier bei dem haupt und ich springe zu den typen da ganz oben ich bin drin alex ich bin nur weit hinter dir erst mal bis dahin zu mich und sehe ich den typ soll ich den dicken erst mal fertig machen alex wenn du kannst machen gegen tot bei mir ist man sagen was hat an verschwächen eine keine stärken aber ich kann den ich kann versuchen den 7 da der 70er dahinter als erde problem ich würde auch mal den großen mit gift zu bespulen ja ich kann den oben in der mitte den wir kann nicht platt machen was ihr meine da macht was können wir da kommen haben wir kein einfluss drauf aber einfach so dass euch zu helfen ich kann nur den siebener platt machen dann macht den siebener platt weil dann kann ich vielleicht noch wie gesagt entweder musst du den kampf nach hinten zu uns ziehen so dass sie vielleicht auch durch diese schadensflächen laufen müssen weil die quartier meisterin ist ja hier okay dann musste offensiv jetzt den schaden aufnehmen und ich muss nächste runde dichter rankommen und dann auf meinen frontalschaden nachschaden gehen das bringt sonst nichts ich müsste sonst hier so hin dann könnte ich ihm richtig ficken ja siehst du das ist nämlich die quartier meisterin die jetzt weggelaufen ist das ist die wobei verkaufen können jetzt ist die ist weg die kämpft jetzt nicht mehr oder was doch die kämpft immer noch mit uns die ist doch oben in der leiste als grün du liest händlerin oder das immer noch das steht da drunter unter ihrem namen wenn du drauf glitzt das ist der psionische schlag hat nichts mit seinem arkan schutz zu tun der kann ja jetzt machen hier älter das mit den hütern ist jetzt echt mies alter ja die sind kacke what the fuck wie soll man das denn schaffen dass die überlebt bitte warum die sich auch nicht zurückzieht die olle ja geil keine ahnung wir stehen erst recht du du bist jetzt richtig du wirst jetzt nicht überleben naja doch kann noch raus vielleicht die nächsten zwei züge noch aber danach kommen sie alle in unsere richtung aber die die hüter können sich nicht bewegen die werden die sind die können nur stehen quasi also ich kann aus deren kreis rauslaufen und kann dann angreifen ja was doch scheiße müssen wir noch mal anders machen ja ich glaube wir müssen alle den weg wo du ein paar lang gelaufen sind wir müssen alle hier lang laufen ich denke auch ja das bringt sonst nichts damit die die hüter da oben machen ja ja ach kacke ja geht nicht alles der zwei frontenkrieg funktioniert hier nicht alex ja leider nicht nehmen ach schade eigentlich ist so ist so aber dann freut sich und leckt sich gerade den arsch und wälzt sich jetzt so schön auf dem rücken gut ich folge euch schau an ihn schon der wird bist du wohl da ja pass auf nicht durch den links laufen ich lasse euch mal vorspielen hier der wird hier in die ecke wo ich bin und dann wieder hier in die ecke springen dann geht es bei mir ging es wirklich von hier nach da ich kann da bis dahin springen wo du bist ok ich habe nichts gesagt ich will ja nur nicht auf euch drauf springen weil das macht schaden ja du bist eben du hast doch schon öfters gesehen wie weit ich springen kann mit dem aber ich nehme halt immer wirklich viel fläche ein wo geht es denn hin jetzt da hinten oder vorne äh josen erstmal warten hier bitte bevor wir zu heute laufen weil wir waren dann nämlich im kampf da vorne die haben dann nämlich schon den kampf an der wird ja gleich nochmal hier speichern wenn wir gleich zusammen sind ja okay ja na hier sind doch hier an oh jetzt fangen die schon an da vorne ich habe gar nichts gemacht nein aber die oder die ist die hat sich bewegt jetzt ist die im kampf ja also weitern oder nicht lasst ihr mal kämpfen doch erstmal nee die geht doch drauf digi wenn wir jetzt nicht eingreifen ja das ist eine andere ne doch nicht ne das recht ne alles gut ich habe eine andere idee kannst du nochmal neu laden David bitte ich habe noch eine idee lass die mal probieren ok jetzt bin ich gespannt wir sind alle gespannt ich muss sagen dass der hustenstiller funktioniert okay okay drückt mal karte danke david ach scheiße schnell reise von hier nicht aus nicht möglich okay toll wollen wir den selbst start machen warte mal warte was kommen wir hier irgendwo raus aus dem blut also mein plan ist jetzt dass wir woanders also dass wir bei diesem turm des mondaufgangs und sind teleportieren und dann diese diese brücke runterlaufen weil dann kommt ihr uns nämlich entgegen weißt du und bin aber nicht letztes mal verhaftet doch ich glaube ich schon nein straße nach baldos tor wurden wir verhafteter links da oben glaubst du dass der frontal entgegen laufen besser ist kommen ja die geht ja dann vom von der von der tür weg ach ja stimmt wir sind ja so gesehen komplett rechts rum gelaufen bis dahin genau und dann rein ja hast recht genau und wenn die uns entgegen läuft dann läuft die nämlich quasi woanders lang die sache ist jetzt aber solange wir diesen roten kreis um die map rum haben können wir nicht teleportieren ja wir müssen halt den weg wieder komplett zurück laufen zur türme des mondaufgangs ich habe jetzt gedacht dass wir halt da unten rechts auf der karte wieder zurück jumpen dass wir jetzt hier einfach wieder das wird auch nach unten rechts gehen steht da wie ich denn wie ich mein aber ich weiß jetzt nicht mehr wieder da unten kommt das ist das problem die ist ja jetzt noch nicht aktiv ist wenn wir jetzt hier vorne mal ne wenn du da vorne langläufst dann kommt die zu uns und dann lösen wir den kampf aus das war ja das problem deswegen warten wir hier und springen jetzt noch nicht über die wurzel dann sammeln wir uns jetzt hier und laufen dann nach vorne war doch schon bei ihr aber die sache ist ja die kommt ja zu uns gelaufen löst den kampf aus das wollte ich ja eben nicht wenn wir von der brücke da vorne kommen dann läuft die die brücke zurück und dann ist die ein bisschen safer als wenn sie da mit einem kampf steht naja ob sie die brücke wirklich zurückläuft oder nicht genau denen entgegen läuft das kannst du jetzt auch nicht sagen ne die ist zu uns gelaufen nicht bei denen ran aber jetzt sind jetzt alle da jetzt kann ich ja einfach vorspringen dann kommen die gehen oder auch nicht so weit nach vorne oder ich würde es von hier gerne mal versuchen ok dann speichern wir jetzt und los na warte lass das mal bitte david machen weil david will ja da einspringen jetzt dürfte nämlich der kampf anfangen weil hier irgendwo stehen die ogas und sie müssen hier unten stehen ich bin bei ihr kommt ihr nach ja gleich ja ich bin im kampf ja ich bin ja auch schon da ich bin da wir sind alle vielleicht noch ein bisschen abstand da von mir vielleicht kann ich noch mal brüllen dann ja ich will jetzt nicht zu dir ran hier laufen also ich will jetzt zu dir rein kommen kannst du dort schützen vielleicht aber ich bin so schön wir sind alle im kampf ja ich kann nichts blocken da oder david unterstützen also ich kann mich erst mal bloß versuchen an alex und so ran zu ja dann kommt noch erst mal hierher geht ja auch nicht so einfach rüber springen da wird er denn auch seinen zug und ja naja mein gott ist ja hier unten ist ja jetzt nix oder der tankt ja da oben kommst du hier noch irgendwie hin ne ne ich? ne er ist komplett an sauber so ich kann von hier aus noch was tun aber ich weiß nicht ob ich das vor euch zaubern kann aber ich kann es versuchen weiter oh doch würde wie wo treffe ich denn alles ich kann sogar noch weiter rein laufen david ich könnte die drei füsen kommst du an mir vorbei ja äh wo soll ich denn rechts von dir oder links von dir ist egal hau 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 ne ich kann euch nicht unterstützen ich hätte so gerne die drei boister weg ja schade ich hab nicht mehr genug reich weiter alex das denn bei dir da so zischt fand ich grad komisch wenn ich das gleich hochjeest es war bei mir aber ja ne bei alex guckst du gesehen cool mach das schon wieder ja alex man soll mir vorbeischießen oder soll ich zur seite gehen ich sollte es generell zur seite gehen würde mir auch helfen haha was hat es grad zur seite gehen kann sich einfach nochmal springen kann sich einfach hinter den springen soll ich dir meinen arsch zeigen ich zeig dir meinen arsch ja ich muss halt gucken dass mich keiner hätte alles gut die war doch nur spaß ne ne beides geht nicht kein spaß haha ne mehr kann ich mich ich kann noch ein stück hier jo 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 man ich komme nicht dicht dran scheiße echt nur durch die kleine ecke geht irgendwas anderes ja aber sieht schon mal ein bisschen vielversprechender aus jetzt als eben ja die quartiermeisterin hat auf jeden fall noch voll das leben ja wenn sie jetzt nicht da oben rein rennt wie eine blöde dann haben wir ganz gute chancen ja und david ist auch wieder voll mit seinem heilen bär das mit eulen bär ist auch gut ich kann erstmal ein bisschen schaden tanken ja 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 gut dass wir einen tank haben ja sehe ich gar nicht als kritik was ihr so viel implizieren wollt ne das war nur kritik deinen tank solange wir den heiler nicht kritik sehen hast du alle du ne 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 du ne bist du ne 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 Dann mach mal den dicken Haufen, Digga. Sprüh Pups nach hinten. Geht jetzt noch okay mit der Flamme, Alter. Die will ja nicht mal gerettet werden. Ja, wirklich, Alter. Warum die denn nicht da einfach stehen bleiben kann, Alter? Das erinnert mich gerade so an eine Mission. Ähm, äh, äh, Schachschaulien und Jusen. Könnt ihr euch noch erinnern an, ähm, das Herr der Ringe Spiel, was auch so rundenbasiert aufgebaut war? Was wir auf der Konsole gespielt haben? Ja, ist gut. Musst du heilen, David? Ja, wollte ich gerade sagen, David, kannst du sie heilen? Ja, selbst wenn ich sie heilen könnte, könnte ich sie ja 4 bis 15 heilen. Ja. Wenn sie vielleicht doch clever ist und zurückgeht? Oder du musst sie rausschumpsen. Okay. Die steht doch auch voll im Weg, Alter. Nicht allein, ja, das ist halt. Jusen, was kannst du machen? Ich könnte sie resistent gegen Zustände machen. Also sprich gegen Feuer und sowas alles. Ja, die ist tot. Können wir nichts machen. Okay. Also angreifen, ja. Äh, kannst du den da töten, bitte? Welchen? Sechs neben dir. Wo ist der? Okay. Den 10er? Ja. Bitte nicht schubsen, du sollst ihn töten. Okay. Okay. Das macht gar nichts. So, jetzt die Gnome neben dir. Was? Die Gnome? Und die direkt vor dir steht, Digga. So, und jetzt läufst du bitte an den da ran. An wen? Kann sein, dass er dir ne Schelle gibt, aber... Oh, es brennt. Du Wichser. Wollte doch. Nein. Ist das scheiße, dass man ihr nicht nen Zaubertrank zuschmeißen kann, Alex, oder sowas, weißt du? Aber Jusen steht ja jetzt dazwischen. Naja, aber nächste Runde nimmst du Feuerschaden, da stirbt sie. Hä? Ich hab die doch jetzt geheilt, oder nicht? Ne, nicht. Ne, du hast gerade glaube ich den Gegner geheilt. Ne, ich hab daneben geheilt. So hart. Aber David kann sie nicht heilen, ne? Oder? Ne, ich hätte es jetzt aber machen können, dass die das überleben. Ich hab nur daneben geklickt. Ah, ich kann auch mal springen, oder? Ja, aber die stirbt jetzt. Sie brennt ja, das ist ja das Problem, David. Vielleicht heilt sie sich ja so. Aber, äh, Pilar, ich glaub, du kannst ihr helfen, wenn du auf deiner... Ich weiß nicht, ob das ne Bohnen... Ne, das ist ne Aktion. Hast du nicht vielleicht irgendeine Rolle, oder sowas? Hast du nicht auch irgendwann mal nen Heilzauber? Ne, Zolidath. Naja, nur für mich, ja. Irgendwas so... Nicht so anders? Ne. Aber, äh, Pilar, du kannst ihr Hilfe machen, wenn du an sie ranläufst. Dann, äh, entferne die Zustände brennend, eingesponnen, gefesselt, liegend, schlafend. Also du kannst das brennend von ihr nehmen. Was ist denn Hilfe? Na, dieser graue Aktion links. Ganz unten die beiden Hände, die sich da reiben. Die sich greifen, die sich greifen. Ja, das ist bei mir braun. Ja, okay. Dann ist es braun. Nicht genug Bewegungsrate. Ich kann halt nicht mehr laufen. Ich bin schon so weit ran gelaufen, wie es ging. Äh, warte mal. Ich könnte mich noch vor ihr teleportieren, aber ich weiß nicht, ob das dann geht. So, das ist eine Aktion. Das andere, was ich machen würde, ist eine Bonusaktion. Eine Aktion und eine Bonusaktion sind auch zwei verschiedene Sachen. oder nicht. Also darf ich doch beides machen. Ja. So, wenn sie jetzt nicht angegriffen wird, dann überlebt sie das vielleicht. Ich hoffe, dass ich den Damage einstecke jetzt. Aber 50 Leben. Nee, David, ich kann mich gar nicht mehr bewegen, sonst hätte ich mich nicht teleportieren müssen. Dann hätte ich auch laufen können, die drei Meter. Du Nase. Vielleicht hast du nicht teleportiert und konntest trotzdem noch laufen. Nee, ich bin schon, David, ich bin von hier hinten bis hier gelaufen bis hier gelaufen und musste mich dann leider teleportieren. Du musst auch noch beenden, David. Nein, hier ist drei Schaden, hat der Gegner bekommen. Nice. Und wieder denn unbedingt zu der. Vielleicht wird er auch zu mir hoffentlich. Alter, 18. Ja. Er hat dich angegriffen. Ja, er hat den anderen weggeschöpft. Er hat seinen eigenen. Ah, okay. Da sind die. Oh, das ist richtig. Er hat seinen eigenen weggeschöpft, ja. So, jetzt ist die noch mal. Bonusaktion. Ich würde hier hinten erst mal dicht machen wollen. Das hat die vier Leben mehr. Soll ich mal auf der Fläche so viel Damage machen, wie geht? Ja, dann hau erst mal rein, naja. Das ist falsch. Ich komme aber auch ein Stück vor, damit er mich fixieren. Jusen, kannst du den hier töten, der vor der Augen steht? Warum schubst du ihn denn? Damit Alex ihn hoffentlich überraschend fertig machen kann? Ja, aber das komme ich ja nicht mehr ran. Jusen, kannst du dieses Schubsen bitte einfach lassen? Das ist so nervtötend. Und vorher, nee, einfach nur vorher Bescheid sagen. Ist ja bei David auch so, bevor er springt, Bescheid sagen. Dann renn ran und töte ihn wenigstens, wenn du ihn jetzt schon weggeschubst hast, den Typen nach. Ich gehe noch mal ganz kurz auf den Klo, Leute. Sofort wieder da. Was heißt denn der Strohle-Schutz? Wenn die Treffung erlässt, aber noch nicht so glatt zu beeignet, Bewusstsein und halt Eintrunk. Nicht den Hüter angreifen, Jusen. Nee. Jusen, bist du noch da oder bist du gemutet? Hast du schon abgeschaltet in dem Spiel jetzt? Oder? Wieso, ich bin doch da. Ja. Warum greifst du denn diesen Hüter an? Wieso nicht? Weil auch ein Gegner. Nein, das war eine beschworene Kreatur Level 4. Habe ich vorhin schon fünfmal gesagt. Die macht dich schaden, wenn du ihn tötest. Richtig. Und der verschwindet, wenn du diesen Adepten da töten würdest, der direkt links neben dir steht. So. Mein Stuhl rutscht nach hinten. Warte. Wieder festgestellt. So. Oh, 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 oh. Was habt ihr denn wie getan? Und wohin? Lass uns nicht drüber reden. Lächste Kapitel einfach ab und dann ist gut. Okay. Also Leute, ihr habt mehr mitbekommen. Ja, ich habe ihn. Hast du mich gerade? Ey, wirklich? Ich habe echt keine Kraft heute für dich. Manchmal ist es einfach nur anstrengend. Kann einer vielleicht die Bogenschützen hier oben? Sorry, mit dem Wächter wusste ich halt nicht. Das ist sowieso leid. Ich habe es vorhin schon fünfmal gesagt. Du kannst mir nicht erzählen, dass du es nicht wusstest. Ich hoffe, ich wusste. Kannst du die da angreifen, David? Nee, ich habe schon zweimal angegriffen. Na dann. Beende deinen Zug. Na, ich versuche hier noch an der Wolke vorbeizufahren. Mal gucken, die läuft jetzt da nicht rein. Oh, die läuft rein. Wir müssen nach vorne rauslaufen, eigentlich. und ich komme nicht rausgelaufen vielleicht das ist konzentration an einer dem ich könnte ich könnte auch die hier oben auf die balken springen und geht es um den da alex oder was denn ja der konzentration für dieses hunger wenn du den angreifen kannst und schaden macht dann verliert der konzentration viel schaden gleich tot ich würde hier bei den balken leben ich sehe mich deswegen jetzt seh ich nicht. Meint, wie gehe ich auch noch dicht daran? Da kommt Angriff. Nice. Macht weniger? Willst du mich verarschen? Ich glaube, ich noch mal einen Schritt zurück. Boah, da ist ja auch nicht mehr viel. Bleibt noch Pim. Ja, er hat die Konzentration verloren. Wer gibt denn noch? Die schützen da oben alle. Oh, die Pfeiler dahinten sind noch ganz viele. Treffe ich aber alle nicht. Was? Der hatte Todesschutz. Der steht mit einem Leben wieder auf. Der ist tot. Dann brauche ich ja gar nichts machen oder was? Usen. Guck mal unten links. Also da unten links ist ja dein Charakterbild. Und nochmal links da drunter ist da dein Schmetterlings Ding. Was du eventuell abbrechen könntest. Weil die Olle steht immer noch da drinnen. Vielleicht dass du das Schmetterlings Ding nicht ausmachen kannst. Oder soll das anlassen? Nee. Am besten ausmachen. Dafür musst du erstmal den Zug nochmal beenden. Dann muss man rechts nochmal auf Zug noch nicht beenden gehen. Okay. Genau. Und dann links unten bei deinem Charakterbild musst du das sein. Dann kannst du die Zustände beenden, ja. Linkss unten ist dein Charakterbild. Und der von links unten müsste eine Fähigkeit mit so einem kleinen X sein. Nein, nein. Okay. Dann geht's nicht. Heilen kannst du den noch nicht benutzen? Welche Schwächen haben die Gegner hier hinten eigentlich? Ich kann nicht draufklicken. Die sind feuererisch drin. Das Feuer ist keine Schwäche. Ich weiß ja nicht schlimm. Du hast ja trotzdem extra Feuerstärke. Auch wenn sie resistent sind. Und Giftresistenz hat der eine Goldzwerg hinten. Also mit Feuer kannst du allen Schaden zufügen. Ja. Immer. Jederzeit. Feuer. Oder wenn du besser rankommst, nimmst du erstmal die oben auf den Balken. Auf den Balken treffe ich nicht, David. Okay. Ich kann die drei Leute hier hinten grad machen. Den ganz hinten treffe ich nicht. Und dann mache ich meinen Zauberstab Schaden, nämlich Schall Schaden. Und die treffe ich dann auf jeden Fall alle. Dann werden wir Glück haben. Obwohl. Nee. Recht nicht ganz. Oder? Besser als gar nichts, oder? Boah, sie hat allen drei einen guten Schaden gemacht. So ein Standardzauber. Was macht sie jetzt? Ja, haut hier ab und... Nein! Alter. Hutschaden bei denen. Ja. Oh, die nehmen sich beide. Boah, Böse. Oh, jetzt hat die schon wieder diesen Radarscheiß. Aber die Frau will schon irgendwo sterben, oder? Na, so ein bisschen ab. Aber wenn sie grad nicht angegriffen, steht safe. Bisschen manchmal schon etwas. Kannst du auf den da springen? Und nicht die Wohnung schon zu oben? Nee, weil wir sind jetzt alle blind. Wenn du da die Konzentrationen kriegst, ist gut. Ja, nice, danke. Aber jetzt können wir nämlich wieder was machen. Und die oben auf den Balken, die treffe ich nicht, Alex. Ich treffe die. Also, kann ich an dir vorbeilaufen, ja? Ich hab ihn runtergeschossen. Nein, diesen. Für dich ist der Mittelpunkt erstmal grad eher so in die Richtung. Ja, ja. Auswickle ich nicht machen. Ich laufe erstmal näher ran, und dann mach ich fern. Da bieten wir uns mal als Ziel ein. Ich geh mal kurz auf Glück. Oh, f**k. Boah, ich kann auch nicht super hin, ne? Waffe ausrüsten. Alles cool, dann go. Gut, Pall, aber es ist du noch. Ich kill den oben. Na, hat nicht gereicht. Oh, du hast den versucht zu killen. Oh, nee, warte mal. Äh, oh nee, zurück geht nicht mehr. Scheiße. Äh, ja, wär nett. Ich hätt noch nen Trank nehmen können, Lusi. Hab ich grad voll verpeilt. Oh, nice. Bisschen episch ist es schon. Wir rennen hier mit ihr mit einem Leben rum, Alter. Die konnten bei jeder Kleinigkeit abnippeln, die Olle. Ja. Und im Moment sieht der Kampf gar nicht so schlecht aus. Oh, okay. Gerade im kritischen Bildschirm. Ja, ich sag's ja. Nice, nice. Okay. Wir müssen uns jetzt bloß zusammenreißen. Wir müssen die da oben weg killern. Die sind ein bisschen auf sie fixiert. Der Rest hier unten ist auf uns fixiert. Ist da noch ein anderer? Ne, ist nur noch der eine auf dem links. Aber hier sind noch mehrere Bogenschützen. Ja, den anderen habe ich doch schon runter geschossen. Genau. Soll ich den erstmal runterballern, Alex, oder wird? Von den Balken da oben? Ja. Kannst du das? Ja. Wollen wir dann was auch machen? Sagen wir so, ich habe es versucht. 80%, ne? Ach nee, warte mal. So. Nächste Runde habe ich ihn. Ich habe ihn vom 27 schon auf 6 runtergecatcht, wo du weg warst. Ähm, ich töte ihn nicht. Oder töte doch lieber den Dude da, der vor hier steht. Nicht, dass der sich umdreht. Den kann ich nicht töten. Ja, der muss Usen den da töten. Oder David. Ja, wenn die den da töten könnten, wäre super. Aber ihr dürft nicht vergessen, die greifen auch gleich alle an. Also ihr müsst die Aggro auch von denen nehmen. Ich kann mich schlubsen. Wäre geil, wenn Usen den tötet und David irgendwie hier so versucht, die Aggro von den ganzen Leuten da in der Umgebung auf sich zu ziehen. Also den C-Lord, den kann ich nicht angreifen, das ist zu weit weg für mich. Ich bin irgendwie eingeschränkt in meiner Bewegung. Okay. Ne, denn wie Usen gesagt hat, haut den aufs Maul. Dann stehen wir wenigstens alle vor ihr. Ne, hat der doch gesagt, den kann er nicht angreifen. Achso. Ich kann die beiden hier oben beschäftigen. Ja, dann mach das. Stell dich vor denen da. Bis sie nicht wegrennen können. Und wir spielen hier mit nem Charakter, der alles entscheiden würde, der nur 1 HP hat, Leute. 1 HP, Alter. Und das schon seit 5 oder 6 Runden. Also man merkt irgendwie, umso weiter man im Spiel kommt, umso mehr ist Usen nur noch Kanonenfutter anstatt in Licht zu sein. Ja, kann man so sehen. Ach komm, Alter, ich hab 90% als ob. Ist halt jetzt die Frage, hat er die Aggro auf Usen? Ja, ja, hat er. Und greift hoffentlich sie nicht an und ich kann den da oben killen. Ich mach ihm extra Schaden, das ist kein Thema. Kann den nicht. Jetzt musst du. Ja, nice. Nein, echt jetzt? Mann, Alter. Das hat jetzt ne fucking halbe Stunde gedauert. Ey, wir haben wirklich gekämpft für diese Frau. Mann, Alter. Machen wir beim nächsten Mal nochmal, Alter. Ja, würde ich auch sagen, bitte. Wir gehen jetzt nicht alle drauf. Ja, wir können ja gerne noch 5 Minuten weiterspielen, um zu gucken, aber... Das ist doch echt für'n Arsch, Alter. Weil die auch so behindert da reinrennt. Ja, aber dass sie halt 5 Mal was überlebt hat, was wir gedacht hätten, dass sie das eigentlich nicht überleben würde. Da in der Ecke hier hinten, wo sie stand, war ja auch schon wieder krass. Deswegen hatte ich gerade Hoffnung, aber ich hätte es glaube ich nicht aussprechen sollen. Bitte machen wir die Session beim nächsten Mal nochmal, aber hey, wir wissen es zumindest. Ja, boah, das ist schnackig. Kann ich schon sagen. Siehst du, sie zu retten ist echt schwierig. Ja, aber da würde ich fast dann überlegen, ob ich nicht irgendwo vielleicht mal ein bisschen bei YouTube oder so nachgucke. Ich meine, vorhin die Technik bei dem... Manch andere hätten das ja nicht gerafft bei dem Dude, der komplett in Gold gekleidet war, dass man da die Rüstung nur abschlagen kann und das Leben verloren wird, wenn du die Totenköpfe killst. Dass wir das beim ersten Mal gerafft haben, fand ich gut halt, ne, aber... Das ist jetzt blöd gelaufen und mir erschließt halt immer noch nicht, wie man das noch besser machen könnte. Also minimal gesehen schon, aber perfekt machen, sodass es locker geht. Das Problem ist ja, dass sie auch angreift, weil ich könnte ja quasi den Zauberspruch auf sie machen, dass sie zehn Runden keinen Schaden bekommt oder einen Flächenschaden. Ja, aber weil sie sich mal angreift oder auch halt bei Flächensachen hier in der Mitte, kannst du halt nichts machen, die rennt rein. Feuer, äh, 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 Stacheln, ähm, ist ja egal was du machst, Wasser, Eis, ähm, ähm... Äh, bei uns allen... Irgendwas hier drückt? Nö... Nö... Nell-Daten oder so? Naja, es dauert ja noch ein bisschen. Wenn ihr Langeweile habt, Leute, schaut gerne bei SMG, präsentiert vorbei auf YouTube, da seht ihr mehr von unseren Scheiß in allen möglichen Richtungen. Viel Spaß dabei! Und wenn ihr irgendwelche anderen Sachen soll, wir sehen wollt von, äh, mir, ZB, äh, guckt gerne auf Facebook und Instagram vorbei. Bei, ähm, G-Man, äh, Freeman oder... Ja, können wir uns auf F8 gekommen. Schnellladen das F8. Ja. Wie heiße ich nochmal bei Instagram? Ja, sorry, glaub das ist... Ich entferne das erst mal. G-M-A-1-7-8 Ist doch nicht schon der Stoß irgendwo. Dann machen wir hier beim nächsten Mal direkt weiter. Wird knackig. Wir müssen halt dem Braut erstmal safen und die ist echt doof. Ja, nein, also wenn, wenn wär's nicht mehr, hätten wir den Kampf beim ersten Mal schon geschafft. Unabroh. Wir dürfen kein Fläschenschalen machen, das ist das Problem. Weil da läuft sie durch wie so ne Doofe. Ja, ja, aber wie will man die Gegner produktiv hintereinander wegkillen? Ja. Tja. Ich meine, die einzige Idee, die Ignore hätte, dass wir... Achso, ne, können wir ja auch nicht. Wir können ja hier nicht rausgehen. Ich hätte dir gesagt, wir machen noch eine lange Rasse, damit du deine Zauber wieder voll hast. Und dann kannst du da hinten mal eben mal richtig schön reinrasseln, wirst du? Ja, wir sind alle unsere Elexziner auch weg. Ja, weiß doch raus. Nee, nicht. Nee, ich weiß. Fick dich da einfach. Warum kann ich mich nicht mehr bewegen? Warte, wie stark überlassen. Hehehe. Ich bin nicht! Jetzt nöbend. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Was hat das jetzt? Ich bin nicht. Ich bin nicht. ja ich sag mal der kampf an sich ist ja jetzt so gar nicht mal so kacke gelaufen also war ja eigentlich ganz gut dass die olle da rein gerannt ist und halt so viel schaden ihr einmal nicht ankommen ist vorbei aber war knapp problem ist halt egal wer die agro auf sich zieht um wie weit er in die leute rein läuft sie läuft immer nach und haut den nächsten theoretisch müssten wir denke ich komplett nach vorne stürmen alle und sie müssten takken hinter uns sein weil wenn sie den nächsten angreift sie greift eigentlich immer den nächsten an der bei ihr in der nähe ist sie läuft ja nicht noch mal komplett quer durch und wenn wir halt die nächsten hat der spurten zweimal eingesetzt wurde ja aber nur um an die ersten leute ranzukommen david wenn wir von vornherein nach ganz vorne gehen und schon die ersten paar billobobs überspringen und gleich in die mitte springen und dahin kommen mehr oder weniger zusammen könnten war vielleicht das glück haben dass die agro auf uns geht also der sich vielleicht so für fünf und versteinern könnte naja ich habe auch schon überlegt ob er irgendeinen schlafzauber machen oder so da kann ich noch ja hier verfolgt nicht was wir damit reinnehmen er langsam könntest du machen schlafen habe ich doch so ein festhalten halte ein manuinen gegner fest ok müssen wir gucken er kann sich nicht bewegen und wieder aktion noch reaktion ausführen die angreifen wir das doch jetzt ob das geht wir können ja einmal reinlaufen und dann gucken wir mal aufs geht wir laden es ja sowieso danach so schlafend oder was also festhalten es geht schon los kannst du noch mal f8 drücken hier ist gleich tot ich weiß ja nicht wollen wir jetzt langsam beenden oder ja ich wollte das doch nur einmal probieren für das nächste mal schon ob das homanoid ist dass die schläft ja können wir ja machen aber ist auch schon gut 23 über 17 ja dann mal aus auber sprüche Den aus, den rein, den aus, den rein. Ich glaub da ist auch ne Schrift drin. Ja, Person festhalten, mach das mit der Schriftrolle einfach. Alright then. Ich komm nicht an euch vorbei, ne? David, kannst du trotzdem einfach mal schon mal da oben reinspringen? Aber wenn du versteckt bist, kannst du nicht springen, oder Paila? Ne. Dass die jetzt so da nicht runtergelaufen kommen. Okay, ich komm nicht runtergelaufen. Nein, jetzt hau ich die erstmal. Ihr hättet stehen bleiben müssen. Ich hab sie grad gesehen. Ja, der Kampfer hat schon angefangen, ihr habt die ist zauberend. Aber ihr beide wart dann auf einmal vor mir. Wärt ihr nicht vor mir gewesen und stehen geblieben, hätte ich vielleicht den Zauber ausprobiert. Ja, dann lach nochmal, dann probier's. Ja, wieso, ihr könnt uns doch einfach so machen. Wir wollen nur gucken, ob's funktioniert. Wenn sie jetzt nicht gewonshottet wird, dann ist alles gut. Ja, Paila ist aber noch nicht in der Leiste oben, deswegen musst du mal reinkommen. Ja, das sollte. Ich verändere, ich verändere einfach den Zug, ist ja wurscht. Jusen, kannst du deinen Zug bitte veränden? Einfach nur deinen Zug beenden, Jusen, wir wollen ja nix machen. Popsie, Paila. Sind's tot? Ja, du musst weitergehen. Äh, versuchst du was zu verstandern, die Frau. Klick am besten oben das Bild an, ne, in der Leiste. Nicht, dass du daneben klickst. Schlafen ist zu viele Trefferpunkte, außer du kannst ja den Skill mal erhöhen. Er sorgt dann, wenn du eine Person festhalten, so benötigt. Was steht da? Darf kein Verbündeter sein. Ja, das können wir also nicht auf dem Verbündeten machen. Das geht wohl nicht. Äh, du hast nur eine Rolle mit Verlangsamen. Das könnte man vielleicht noch machen. Geht auch nicht. Ja gut, das ist aber ein Aoi wahrscheinlich. 18 Meter, ich müsste sie treffen. Und ich treffe sie hier auch, aber es geht nicht, David. An dem hier kann ich's anwenden, an dem hier kann ich's auch. Also, das... Ja, naja, weil da drunter steht, Ziele darf nicht, darf kein Verbündeter sein. Richtig, da drunter. Also, können wir die alle Zauber nicht an sie verwenden. Das war nur schnell speichern. Das funktioniert nicht. Okay. Okay. Okay, Leute. Okay. Wir müssen mal gucken, ob wir uns da noch eine richtige Taktik zusammenstellen können. Oder ob das hier wirklich ein richtig großes Problem wird, so wie es im Moment aussieht. Oder was, Leute? Wenn die sich einfach losrennen würde, wäre es ja perfekt. Ja, na, wenn man der sagen könnte, ey, bleib mal hinter uns. Wäre das kein Thema. Wäre das Ding in der ersten Runde durch gewesen. Ja. Aber naja, so läuft das halt nicht. Deswegen. Lustig für heute, oder nicht? Jo, klar. Ich schau, die hat ein bisschen Hass auf mich geschoben. Weil ich bist ja nicht, dass ich für heute... Aber ja, passiert. Dann machen wir hier auf jeden Fall spätestens am Dienstag weiter nächste Woche. Und bis dahin. Gehabt euch wohl, meine Lieben. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Liken. Fürs Followern. Wenn ihr das bei YouTube guckt, auch danke für ein Abo. Und ja, bleibt dabei. Seid mit uns dabei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann geht hier der ganze Shit einfach weiter. Jo. Schön. Willst du noch was drücken? Ich warte. Okay. Danke. Deine Rote rein, Leute. Bis denn. Schlaft schön. Gehabt euch wohl. Bye-bye. 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 Bye-bye.